Das Master Key System Die Originalausgabe The Master Key System geschrieben von Charles F. Hannel im Jahre 1912 wurde 1916 zum ersten Mal von der Psychologie Publishing St. Louis und vom The Master Key Institute veröffentlicht. Bis 1933 wurde das Buch über zwei Millionen Mal verkauft. Das Buch sollte nach 1933 nie wieder an die Öffentlichkeit gebracht werden, weshalb es von der Kirche verbannt wurde. Durch die heutige Meinungsfreiheit ist dieses phänomenale Wissen wieder für alle verfügbar, aber nur diejenigen, die es auch wirklich anwenden, können den Nutzen aus ihm ziehen. Dieses Exemplar, das Master Key System, ist für jeden kostenlos zugänglich. Es ist erwünscht, dass dieses Wissen verschenkt und weitergegeben wird. Sie dürfen diese Datei kopieren und weitergeben. Jedoch darf das Copyright nicht verletzt werden. Es ist nicht erlaubt, diese Datei und den Text in irgendwelche Art und Weise ohne eine Erlaubnis vom Urheber zu verändern. Inhalt Einführung Vorwort Teil 01 Bewusstheit der Kraft Teil 02 Gedanke ist Energie Teil 03 Bewusstsein und Unterbewusstsein Teil 04 Das wahre Ich Teil 05 Der Verstand in Aktion Teil 06 Die Kraft der Aufmerksamkeit Teil 07 Das Visualisieren Teil 08 Durch Vorstellungskraft zur Scharfsinnigkeit Teil 09 Die Affirmation Teil 10 Das Gesetz von Ursache und Wirkung Teil 11 Das induktive Denken Teil 12 Ihr Ideal Teil 13 Das Gesetz der Verursachung Teil 14 Disziplin des konstruktiven Denkens Teil 15 Die universalen Gesetze Teil 16 Der Erfolg ist in Dir Teil 17 Die Macht der Konzentration Teil 18 Das geistige Wachstum Teil 19 Wir sind alle eins Teil 20 Wir sind, weil unser Vater ist Teil 21 Das größere Denken Teil 22 Wir sind jetzt das, was wir früher gedacht haben Teil 23 Das Gesetz des Wohlstandes Teil 24 Die Wahrheit, die Dich frei macht Einführung Die Natur zwingt uns, durchs Leben zu gehen Wir könnten nichts dagegen unternehmen, so sehr wir es auch wünschten Jede denkende Person will nicht einfach bloß wie eine Maschine im Leben existieren Sondern möchte sich bilden, verbessern und sich auch geistig weiterentwickeln Diese Entwicklung kann nur durch Verbesserung der individuellen Gedanken und Ideen auftreten Aktionen und Ergebnisse sind die Folge Daher ist das Erlernen und Anwenden des kreativen Prozesses der Gedanken für jeden Einzelnen von großer Wichtigkeit Dieses Wissen ist die Grundlage, durch die sich die Evolution des menschlichen Lebens auf Erden beschleunigt und entwickelt hat Die Menschheit sucht leidenschaftlich nach der Wahrheit und forscht danach bei jeder Gelegenheit Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde eine spezielle Literatur erschaffen Welches sich über die ganze Skala des Denkens vom Höchsten bis zum Tiefsten erstreckt Von der Weissagung durch die Philosophien bis hin zu der erhabenen Wahrheit des Master-Key-Systems Dieser Generalschlüssel ist der Welt als Mittel gegeben worden, die kosmische Intelligenz zu verstehen Und von ihr das an sich zu ziehen, was jeder einzelne Leser für sich bestrebt Alles, was wir um uns herum in unserer Welt sehen Auch die Einrichtung, die durch die menschliche Wirkung erzeugt wurde Musste zuerst in irgendeiner Form als Gedanke existieren Deswegen ist jeder Gedanke schöpferisch Der menschliche Gedanke ist eine spirituelle Kraft, die untereinander mit Universum und Mensch kommuniziert Der Master-Key zeigt dem Leser, wie er diese Kraft konstruktiv und kreativ anwendet Die Dinge und die Umstände, die wir realisieren möchten, müssen zuerst in Gedanken wahr werden Der Master-Key erklärt und führt diesen Prozess Der Master-Key wurde bisher als weiterführender Kurs herausgebracht Mit 24 Kapiteln sollte jeder Kurs ein Kapitel enthalten, das jeweils eine volle Woche erarbeitet werden sollte Der Leser, der jetzt alle 24 Kapitel auf einmal erhält, sollte gewarnt sein Nicht etwa das ganze Buch wie ein Roman auf einmal zu lesen, sondern jedes Kapitel wahrzunehmen Der Bedeutung, jedes Kapitels bewusst zu werden und es immer wieder zu lesen Erst nach einer Woche kann man sich dem nächsten zuwenden, um dadurch die Missverständnisse in den weiteren Kapiteln zu vermeiden Zeit und Geld des Lesers werden sonst dabei verschwendet Bei entsprechender Benutzung wird der Master-Key dem Leser zu einer besseren, größeren Persönlichkeit verhelfen Ausgestattet mit einer neuen Kraft, jedes persönliche Ziel zu erreichen und einer neuen Möglichkeit, die Freuden und Wunder des Lebens zu genießen Vorwort Einige Menschen scheinen Erfolg, Stärke, Wohlstand und Reichtum mit Leichtigkeit an sich zu ziehen Andere mit großen Schwierigkeiten und noch andere wiederum versagen, wenn sie ihre Wünsche und Ziele erreichen wollen Warum ist das so? Warum sollen einige ihre Ziele und Vorstellungen schnell und einfach erreichen, andere mit großen Schwierigkeiten und andere gar nicht? Der Grund kann nicht physisch sein, ansonsten wäre der perfekte physische Mensch der erfolgreichste Der Unterschied muss also mental sein, muss im Verstand liegen Daher muss der Verstand, eine kreative Kraft, den alleinigen Unterschied zwischen Menschen feststellen Folglich ist es der Verstand, der das Umfeld und jedes andere Hindernis im Weg des Menschen bewältigt Wenn die schöpferische Kraft des Verstandes vollkommen begriffen wird, dann werden die Ergebnisse erstaunlich ausfallen Jedoch können diese Resultate nicht ohne Konzentration und nicht ohne ständiges Wiederholen und Anwenden der schöpferischen Energie erzielt werden Der Leser wird lernen, die Gesetze der mentalen Welt genauso wie die der spirituellen Welt fest und fehlerlos zu beherrschen Um uns unsere Ziele und Wünsche zu sichern, ist es wichtig, die Gesetze zu kennen und nach ihnen zu handeln Eine korrekte Befolgung der Gesetze wird mit dem genauen, erwünschten Resultat belohnt Der Schüler, der lernt, dass die Kraft von innen kommt und dass er nur schwach ist, weil er die Hilfe von außen sucht Der lernt auch, dass wenn er ohne zu zögern sich selbst mit seinen Gedanken lenkt, er sich sofort selbst korrigiert und aufrichtet So wird er die dominante Haltung einnehmen und Wunder vollbringen Deswegen ist es offensichtlich, dass derjenige, der versagt und diese große Gabe der Weisheit nicht annimmt sehr weit von dem entfernt ist, der den Nutzen versteht und ihn voll und ganz anwendet So wie die Menschen, die sich weigerten, an das Gesetz der Elektrizität zu glauben und dessen Möglichkeiten zu akzeptieren Natürlich kreiert der Verstand negative Umstände, genauso wie positive Und wenn wir uns bewusst oder auch unbewusst Mangel, Leid und Missklang vorstellen, kreieren wir diese Umstände Das ist genau das, was die meisten von uns die ganze Zeit über unbewusst machen Vor diesem Gesetz, wie auch vor allen anderen Gesetzen, sind alle Menschen gleichgestellt Es ist in ständiger Bewegung und unnachgiebig Jeden Individuum gibt es genau das, was es kreiert hat Mit anderen Worten, was auch immer ein Mensch sät, das sollte er auch ernten Wohlstand hängt deswegen von der Erkenntnis des Gesetzes des Wohlstandes und dem Fakt ab, dass der Verstand nicht nur der einzige Schöpfer, sondern der einzige Schöpfer von allem, was existiert ist Sicherlich kann nichts erschaffen werden, bevor wir wissen, dass es erschaffen werden kann Und wir demnach den angemessenen Aufwand erbringen Es gibt heute nicht mehr Elektrizität als vor 50 Jahren Klammer auf, damals gab es genauso viel Klammer zu Und solange, bis jemand das Gesetz erkannt hatte, wie es uns nützt, hatten wir keinen Nutzen davon Und jetzt, da das Gesetz verstanden und akzeptiert wird, wird damit die ganze Welt erleuchtet Genauso ist das mit dem Gesetz des Wohlstandes Doch nur die, die das Gesetz erkennen und sich damit in Harmonie stellen, werden den Nutzen davon tragen Der wissenschaftliche Geist bemüht sich in jedem Bereich Die Beziehung von Ursache und Wirkung werden nicht mehr länger ignoriert Die Menschen verstehen jetzt, dass es für jedes Ergebnis einen bestimmten Grund gibt So dass, wenn ein Resultat erwünscht wird, nach einer Voraussetzung gesucht wird, mit welcher man vielleicht das Resultat erzielen kann Die Grundlage, auf der alle Gesetze bestehen, wurde durch die Anzahl verschiedener Fälle entdeckt, die miteinander verglichen wurden Bis der allgemeine Faktor, der sie alle verursacht, erwiesen war Es ist diese Methode der Studie, welche die zivilisierte Nation ein größeres Wissen und größeren Erfolg verdankt Sie verlängerte das Leben, sie linderte den Schmerz, sie überspannte die Flüsse, sie hat die Nacht mit der Pracht des Tages erhält Sie erweiterte die Sicht des Anblicks, sie beschleunigte Bewegung, verringerte die Distanz, erleichterte den Verkehr Und erlaubte den Menschen, die Gewässer und die Luft zu erforschen Was für ein Wunder ist es daher, dass Menschen sich bemühten, den Segen dieses Systems, der Studie, auf ihre eigene Methode des Denkens anzuwenden Als es einfach offensichtlich wurde, dass bestimmte Resultate einer bestimmten Methode des Denkens folgten Blieb nichts übrig, diese Ergebnisse einzustufen Diese Methode ist wissenschaftlich und ist die einzige, der wir verdanken, dass wir dieses Ausmaß an Freude und Frieden haben Das Master Key System basiert auf der wissenschaftlichen Wahrheit und wird die schlummernden Fähigkeiten des Individuums wecken Es wird lehren, wie man diese Fähigkeiten wirkungsvoll anwendet Die persönliche Kapazität steigert, mehr Energie, Urteilsvermögen, Fidelität und mentale Elastizität gewinnt Der Schüler, der das Verständnis für mentale Gesetze erwirbt, welche sich entfalten Wird in den Besitz der Fähigkeiten gelangen, um Resultate zu erzielen Die bisher nicht mal erträumt wurden und die wörtlich nur schwer zu beschreiben sind Das Werk erklärt die genaue Benutzung der aufnahmefähigen und aktiven Elemente der mentalen Natur Es führt den Schüler zur Erkenntnis der Gelegenheit Es stärkt den Willen und die Kraft des logischen Denkens Es lehrt zu kultivieren, die Fantasie, das Verlangen, die Emotionen und die Intuition anzuregen Es gibt die Initiative, die Hartnäckigkeit zur Handlung, die Weisheit zur Wahl, die Intelligenz, die Sympathie und eine höhere Zufriedenheit fürs Leben auf höheren Ebenen Der Master Key lehrt die Kraft des Verstandes zu nutzen Den richtigen Verstand, nicht diese verwechselbaren Verdrehungen Es hat nichts mit Hypnose oder Magie zu tun Oder mit einer Täuschung, welche die Leute glauben lässt, dass man etwas für nichts erreichen kann Diese Lehre entwickelt das Verständnis, welches ihnen die Fähigkeit gibt, volle Kontrolle über ihren Körper und somit auch die Gesundheit zu erlangen Es verbessert und stärkt die Erinnerung Es entwickelt die Einsicht, die Art von Einsicht, die es nur selten gibt Die Art einer ausgezeichneten Charakteristik eines Geschäftsmannes Die Art, welche die Fähigkeit gibt, die Möglichkeiten und Schwierigkeiten aus jeder Situation zu erkennen Der Master Key entwickelt mentale Kraft Das bedeutet, dass andere instinktiv erkennen, dass sie eine Person von Macht und Charakterstärke sind Und so handeln, wie sie sollen, wie sie es möchten Das bedeutet, dass sie selbst die Menschen und die Dinge anziehen Sie sind das, was andere Leute als Glückspilz bezeichnen Dinge laufen ihnen nur so über ihren Weg Sie erlangen das Verständnis über das fundamentale Gesetz der Natur Und fühlen sich damit in Harmonie Sodass sie mit dem Unendlichen gleich sind Sodass sie das Gesetz der Anziehung und das Gesetz des Wachstums verstehen In denen alle Entfaltungen in der privaten und geschäftlichen Welt ruhen Mentale Kraft ist eine schöpferische Kraft Sie gibt ihnen die Möglichkeit, für sich selbst zu erschaffen Es bedeutet nicht, dass sie jemandem etwas wegnehmen Die Natur regelt Dinge niemals auf diesem Wege Sie lässt zwei Grashalme dort wachsen, wo vorher einer gewachsen ist Und mentale Kraft ermöglicht dem Menschen genau dasselbe Das Master-Key-System entwickelt Einsicht und Weisheit Höhere Unabhängigkeit sowie die Fähigkeit und Neigung, hilfsbereit zu sein Es zerstört Misstrauen, Depression, Angst, Trübsinn und jede andere Art an Mangel, Einschränkung und Schwäche Schmerz und Erkrankung eingeschlossen Es weckt versteckte Talente Es steigert die Unternehmungslust, Kraft, Vitalität und Energie Es weckt die Wertschätzung an Kunst, Literatur und Wissenschaft Dieses Werk hat das Leben von tausenden Männern und Frauen durch das Ersetzen unsicherer und hastiger Methoden und Prinzipien verändert Albert Gary, der Vorsitzende der United States Steel Corporation sagt Die Dienste der Manager, Anweiser und anderer Fachleute sind unabdenklich für ein erfolgreiches Unternehmen Aber ich erachte die Erkenntnis und die Annahme der richtigen Prinzipien als erheblich wichtiger Das Master-Key-System lehrt, die richtigen Prinzipien anzueignen und empfiehlt praktische Methoden dafür Es weicht von allen anderen Lehrmethoden ab und lehrt, dass die einzige Möglichkeit, diese Prinzipien anzueignen, darin besteht, sie nur auf diesem Weg zu erwerben Viele Menschen lesen Bücher, nehmen Hauskurse, nehmen ihr Leben lang an Vorträgen teil ohne überhaupt irgendeinen Fortschritt zu erzielen wenn sie den Wert der betroffenen Grundregeln demonstrieren wollen Das Master-Key-System empfiehlt Methoden, bei denen der Wert der Grundregeln demonstriert werden kann und die in tägliche Erfahrungen als praktische Übungen anzuwenden sind Es gibt eine Änderung in den Gedanken der Welt Diese Änderung ist wichtiger als irgendwelche, die die Welt seit dem Sturz des Heidentums durchgemacht hat Die Wissenschaft hat in kurzer Zeit solch große Entdeckungen, solch eine unbegrenzte Menge an Ressourcen aufgedeckt so viele Möglichkeiten und so viel unerwartete Energie vorgestellt dass die Wissenschaftler zunehmend zögern, bestimmte Theorien anzuzweifeln oder diese als unmöglich zu bezeichnen und so wird eine neue Zivilisation geboren Bräuche, Überzeugungen und Grausamkeit gehen vorüber Vision, Glaube und Einsatz übernehmen den Platz Die Fesseln der Tradition werden durch Menschen durchtrennt Der Abfall des Materialismus wird nützlich verbraucht Der Gedanke wird befreit Und Wahrheit wird wie ein Feuerwerk vor einer erstaunten Menge aufsteigen Die ganze Welt steht vor der Tür eines neuen Bewusstseins Der neuen Kraft, der neuen Erkenntnis, der Ressourcen in sich selbst Das letzte Jahrhundert sah den großartigen materiellen Fortschritt in der Geschichte Das jetzige Jahrhundert wird den größten Fortschritt der mentalen und spirituellen Kraft erlangen Wissenschaftler der Physik haben die Materie in Moleküle Moleküle in Atome, Atome in Energie zerlegt So Ambrose Fleming sagt, es ist die ultimative Essenz Energie mag durch uns unbegreiflich sein Außer als Vorführung des direkten Ablaufs von dem, was wir den Verstand oder den Willen nennen Lassen Sie uns mal anschauen, welche mächtigen Gesetze es in der Natur gibt In der Welt der Materialen ist alles stabil und fest In der tierischen und pflanzlichen Welt ist alles beweglich Wird ständig verändert, wird immer produziert und reproduziert In der Atmosphäre finden wir Wärme, Licht und Energie Jedes Reich wird schöner und spiritueller, während wir voranschreiten Vom Sichtbaren zum Unsichtbaren Vom Groben zum Feinen Vom Niedrigen Potential zum Größten Potential Wenn wir das Unsichtbare erreichen, bekommen wir Energie in ihren puren Zustand Die mächtigen Kräfte der Natur sind die Unsichtbaren So werden wir erkennen, dass die mächtigsten Kräfte des Menschen seine unsichtbaren Kräfte sind Seine spirituellen Kräfte Der einzige Weg, in dem diese spirituelle Kraft manifestiert werden kann, ist der gedankliche Ablauf Wachstum und Zerfall sind spirituelle Bewegungen Logisches Denken ist ein spiritueller Prozess Ideen sind spirituelle Konzepte Fragen sind spirituelle Suchlichter und Logik Argumente und Philosophien sind spirituelle Mechanismen Und jeder Gedanke bringt bestimmte physische Gewebe in Regung Zum Beispiel Teile des Gehirns, Muskeln oder Nerven Dies erzeugt den eigentlichen physischen Wechsel im Gewebe Weswegen es wichtig ist, eine bestimmte Anzahl von Gedanken über bestimmte Themen zu haben Um eine komplexe Veränderung der Psyche des Menschen zu bewirken Das ist ein Vorgang, bei dem Misserfolg zum Erfolg wird Gedanken über Mut, Kraft, Inspiration und Harmonie werden die Gedanken über Misserfolg, Mangel und Einschränkung eingetauscht Und diese neuen Gedanken bewurzeln sich Das physische Gewebe ändert sich und das Individuum sieht das Leben in einem anderen nicht Alte Dinge gehen dahin, denn alle Dinge sind neu geworden Die Person ist neu geworden Die Person ist neu geboren Dieses Mal spirituell neu geboren Das Leben hat für die Person eine neue Bedeutung Die Gedanken über Erfolg werden genau damit um sie herum ausgestrahlt und helfen ihr Sie zieht neue und erfolgreiche Begleiter an Und das wiederum verändert ihr Umfeld So dass diese Person bei gleicher Anwendung nicht nur sich selbst verändert Sondern auch ihre Umgebung, ihre Umstände und Gegebenheiten Sie werden sehen, sie müssen sehen, dass wir an der Dämmerung des neuen Tages stehen Dass die Möglichkeiten so wundervoll, so faszinierend, so grenzenlos, wie verblüffend sind Vor einem Jahrhundert konnte jeder beliebige Mann mit einem Flugzeug oder einer Kanone Eine ganz bewaffnete Armee auslöschen Und so ist es auch jetzt Jeder Mensch mit dem Wissen über die Möglichkeit Die in dem Master Key System enthalten sind Hat eine unvorstellbare Überlegenheit Gegenüber der großen Mehrheit Der erste Teil Bewusstheit der Kraft Einleitung Teil 01 Es ist mir eine Ehre, Ihnen hiermit den ersten Teil des Master Key Systems zu bereichen Wollen Sie in Ihrem Leben mehr Kraft? Nehmen Sie sich die Bewusstheit der Kraft Mehr Gesundheit? Nehmen Sie sich die Bewusstheit der Gesundheit Mehr Freude? Nehmen Sie sich die Bewusstheit der Freude Leben Sie den Geist dieser Dinge Bis diese rechtlich Ihnen gehören Es wird dann unmöglich sein, diese loszuwerden Die Dinge der Welt fließen Als innere Kraft In jedem Menschen Mit welcher er diese Dinge beherrscht Sie müssen sich diese Kraft erarbeiten Sie haben sie bereits Jedoch müssen sie die Kraft verstehen Sie müssen sie benutzen Sie müssen sie kontrollieren Sie müssen mit der Kraft eins werden So dass sie voranschreiten Und die Welt in ihren Händen halten können Tag für Tag, wenn sie weitergehen Wenn es ihnen zunehmend leichter fällt Wenn ihre Inspiration vertieft wird Wenn ihre Pläne Klarheit gewinnen Und sie das Verständnis erlangen Werden sie realisieren Dass die Welt kein toter Steinhaufen Sondern eine lebende Sache ist Sie ist eine Sache des Lebens Und der Schönheit Es ist offensichtlich Dass es Verständnis erfordert Um mit diesem Stoff zu arbeiten Aber diejenigen Die dieses Verständnis erlangen Werden von neuem Licht Und neuer Kraft inspiriert Diese Menschen erlangen von Tag zu Tag Zuversicht Und größere Kraft Sie führen ihre Hoffnungen Und Träume zur Erfüllung Das Leben hat eine tiefere Vollere Klarere Bedeutung als zuvor Und nun der erste Teil Teil 01 Bewusstheit der Kraft 01 Das viel noch mehr anzieht Ist auf jeder Ebene der Existenz Ist auf jeder Ebene der Existenz wahr Genauso wahr ist Dass Verlust zu mehr Verlust führt 02 Der Verstand ist kreativ und bedingt Die Umwelt und die Erfahrungen In unserem Leben Sind die Ergebnisse unserer Gewohnheit Und der Geisteshaltung 03 Die Einstellung des Verstandes Entspringt dem Was wir denken Daher ist das Geheimnis Dass jegliche Kraft Jegliche Leistung Jeglicher Erfolg Und jeder Besitz Mit der Methode Mit der wir denken Zusammenhängt 04 Das ist die Wahrheit Denn wir müssen sein Bevor wir tun können Und wir können nur in dem Umfang tun Was wir sind Und was wir sind Hängt davon ab Was wir denken 05 Wir können nicht die Kraft erzeugen Die wir nicht besitzen Der einzige Weg Um in den Besitz der Kraft zu gelangen Ist Dass wir uns der Kraft bewusst werden Und wir können ihr nicht bewusst werden Bis wir nicht lernen Dass alle Kraft aus dem Inneren kommt 06 Es gibt eine innere Welt Eine Welt von Gedanken Gefühlen und Kraft Von Licht Leben und Schönheit Und obwohl diese alle unsichtbar sind Sind ihre Kräfte sehr mächtig 07 Die innere Welt wird vom Geist beherrscht Wenn wir diese Welt erforschen Sollten wir die Lösung jeder Probleme Und die Ursache für jede Wirkung finden Da wir die innere Welt kontrollieren können Unterliegen somit auch alle Gesetze der Kraft Unserer inneren Kontrolle 08 Die äußere Welt ist eine Reflexion von der inneren Welt Was außen erscheint Ist das, was innen gefunden wurde Und der inneren Welt Wurde vielleicht unendliche Weisheit Unendliche Kraft Und alles Notwendige gefunden Was darauf wartet Entfaltet Ausgedrückt Und durchgeführt zu werden Wenn wir diese Möglichkeiten In der inneren Welt erkennen Werden diese in der äußeren Welt Form annehmen 09 Harmonie in der inneren Welt Wird zu einer Reflexion In der äußeren Welt Ausgedrückt Durch harmonische Gegebenheiten Angenehme Umgebungen Und den Besten von allem Sie ist die Basis der Gesundheit Und eine Notwendigkeit Für das Gute Für alle Kraft Alle Energie Alle Erfolge und Ziele 10 Die Harmonie in der inneren Welt Gibt uns die Fähigkeit Unsere Gedanken zu kontrollieren Und für uns selbst zu entscheiden Wie eine Erfahrung uns beeinflusst 11 Die Harmonie in der inneren Welt Erzeugt in uns Optimismus Und Überfluss Überfluss im Inneren Ergibt Überfluss im Äußeren 12 Die äußere Welt Reflektiert die Umstände Und Gegebenheiten Von der Bewusstheit Der inneren Welt 13 Wenn wir Weisheit In der inneren Welt finden Werden wir das Verständnis bekommen Die fantastischen Möglichkeiten Die in der inneren Welt Verborgen sind Zu erkennen Und wir werden die Kraft bekommen Diese Möglichkeiten In der äußeren Welt Zu manifestieren 14 Sobald wir der Weisheit In der inneren Welt bewusst werden Nehmen wir geistig Besitz von ihr Und wenn wir die Weisheit Geistig besitzen Kommen wir in den tatsächlichen Besitz der Kraft Und der Klugheit Die zur Manifestierung Unserer Entwicklungen Nötig ist 15 Diese innere Welt Ist eine praktische Welt In der die Männer und Frauen Mit der Kraft Mut Hoffnung Begeisterung Zuversicht Vertrauen Und Glauben Erzeugen Mit der Kraft Welche denen gegeben wurde Um durch Intelligenz Eine Vorstellung zu haben Und die Fähigkeit Diese Vorstellungen Realität werden zu lassen 16 Das Leben ist eine Entfaltung Was auf uns in der äußeren Welt Zukommt Ist das Was wir in der inneren Welt Haben 17 Dieses Haben in der inneren Welt Basiert auf Bewusstsein Der Gewinn Der Gewinn ist das Resultat Des steigenden Bewusstseins Der Verlust ist das Resultat Des verstreuten Bewusstseins 18 Geistige Leistungsfähigkeit Ist von Harmonie abhängig Uneinigkeit bedeutet Verwirrung Folglich muss der Der die Kraft erwerben will In der Harmonie Mit dem Naturgesetz sein 19 Wir stehen durch den objektiven Verstand In Beziehung zur äußeren Welt Das Gehirn ist das Organ des Verstandes Und das Hirnrückenmark Des Nervensystems Führt uns in eine bewusste Kommunikation Zu jedem Teil des Körpers Dieses Nervensystem Reagiert auf jeden Sinneseindruck Durch Licht Wärme Geruch Geräusch Und Geschmack 20 Wenn dieser Verstand korrekt denkt Wenn er die Wahrheit versteht Wenn die Gedanken Die durch das Hirnrückenmark Des Nervensystems An den Körper geleitet werden Kreativ sind Sind diese Empfindung Angenehm und harmonisch 21 Das Ergebnis ist Dass wir Stärke Vitalität Und alle schöpferischen Kräfte In unserem Körper aufbauen Jedoch ist es der gleiche Objektive Verstand Der uns Leid Krankheit Mangel Einschränkung Und jede Form von Uneinigkeit In unser Leben bringen kann 22 Wir stehen durch das Unterbewusstsein In Beziehung zur inneren Welt Die Magengrube Ist das Organ der Seele Der Psyche Durch dieses Nervensystem Werden Empfindungen übertragen Wie Freude Angst Liebe Emotionen Atmungen Vorstellungen Und alle anderen unbewussten Erscheinungen Wir sind durch das Unbewusste Mit dem Universum verbunden Wo die unerschöpfliche Und unendliche Energie Entspringt 23 Diese zwei wichtigen Merkmale Unseres Daseins Und das Verständnis Deren Funktionen Das ist Das große Geheimnis Des Lebens Mit diesem Wissen Können wir innere Und äußere Welt Können wir innere Und die äußere Welt In ein bewusstes Miteinander bringen Und somit das endliche Und das unendliche Bestimmen 24 Jeder stimmt zu Dass es ein Grundbestandteil Oder eine Bewusstheit gibt Ein Etwas Welches das ganze Universum Durchdringt Das ganze Weltall einnimmt Und das Wichtigste Und in jeder Hinsicht Das gleiche jeder Art ist Es ist allmächtig Allwissend Und immer anwesend Alle Gedanken und Dinge Sind innerhalb dessen Es ist alles In allem 25 Aber es gibt nur ein Eine Bewusstheit Im Universum Die denken kann Und wenn sie denkt Werden deren Gedanken Zu objektiven Dingen Da diese Bewusstheit Allgegenwärtig ist Muss sie in jedem Individuum Anwesend sein Jedes Individuum Muss eine Manifestation Dieser allmächtigen Allwissenden Allgegenwärtigen Bewusstheit sein 26 Da es nur eine Bewusstheit Im Universum gibt Die denken kann Folgt daraus Dass ihre Bewusstheit Identisch Mit der Bewusstheit Im Universum ist Oder mit anderen Worten Aller Geist Ist ein Geist Es gibt keine andere Abweichung Dieser Schlussfolgerung 27 Das Bewusstsein Welches sich In ihren Gehirnzellen Konzentriert Ist das gleiche Bewusstsein Welches sich In den Gehirnzellen Anderer Lebensformen Konzentriert Jedes Individuum Ist somit Eine Bewusstheit Des Universums 28 Der Geist Des Universums Ist reine Energie Er kann sich nur Durch das Individuum Manifestieren Und das Individuum Wiederum Kann sich nur Durch das Universum Manifestieren Die sind eins 29 Die Fähigkeit des Menschen Zu denken Ist eine Fähigkeit Auf das Universum Zu agieren Handlungen Durchzuführen Und es im Endeffekt Zu manifestieren Menschliches Bewusstsein Besteht nur aus der Fähigkeit zu denken Das Gehirn selbst Ist eine subtile Form Von stillstehender Energie Von welcher Aktivitäten Erzeugt werden Die als Denken Bezeichnet werden Das ist dann Eine bewegte Phase Des Verstandes Der Verstand Ist stillstehende Energie Der Gedanke Ist eine bewegende Energie Das sind zwei Phasen Desselben Der Gedanke Also ist eine schwingende Kraft Welche die stillstehende Energie In die bewegliche Energie Umwandelt 30 Da die Summe aller Eigenschaften Die allmächtig Allwissend Und allgegenwärtig sind In dem Universum Enthalten ist Müssen sie zu jeder Zeit In jedem Individuum Präsent sein Deswegen Wenn ein Individuum denkt Ist der Gedanke verpflichtet Bei seiner Natur Sich in einen Zustand Zu verkörpern Welcher seinen Ursprung entspricht 31 Deswegen ist jeder Gedanke Eine Ursache Und jeder Zustand Eine Wirkung Aus diesem Grund Ist es erforderlich Dass sie ihre Gedanken Überprüfen Damit nur wünschenswerte Ergebnisse erzielt werden 32 Die ganze Kraft Ist vom Inneren Und sie steht absolut Unter ihrer Kontrolle Sie resultiert aus exaktem Wissen Und aus der beabsichtigten Anwendung Der exakten Leitsätze 33 Wenn sie ein vollständiges Verständnis Dieses Gesetzes erwerben Und in der Lage sind Ihren Gedankenprozess Zu kontrollieren Sollte es einfach sein Es unter jeder möglicher Bedingung anzuwenden Mit anderen Worten Sie werden zu einem Bewussten Miteinander Mit dem allmächtigen Gesetz stehen Welches die wichtigste Grundlage aller Dinge ist 34 Die universelle Kraft Ist der Lebensgrundsatz Jedes Atoms Welches existiert Jedes Atom Ist ein ständiges Streben Mehr Leben zu manifestieren Alle Atome sind intelligent Und alle suchen das Ziel Das durchzuführen Zu dem sie geschaffen worden sind 35 35 Die Mehrheit der Menschen Leben in der äußeren Welt Nur weniger Haben die innere Welt gefunden Und doch Ist es sie Die die äußere Welt erschafft Deswegen Alles was sie in der äußeren Welt finden Wurde durch sie In der inneren Welt manifestiert 36 Dieses System bringt sie zu einer Erkenntnis Der Kraft Welche ihre sein wird Wenn sie diese Verbindung Zwischen der inneren und äußeren Welt verstehen Die innere Welt ist der Grund Die äußere Welt ist eine Wirkung Oder ein Effekt Um den Effekt zu ändern Müssen sie den Grund ändern 37 Sie werden sofort erkennen Dass es ein völlig anderes Konzept ist Denn die meisten Menschen versuchen Den Effekt zu ändern Indem sie an dem Effekt arbeiten Sie sehen nicht Dass eine Verzweiflung Nur in eine nächste führt Um Uneinigkeit zu entfernen Müssen wir den Grund entfernen Und dieser Grund Kann nur in der inneren Welt Gefunden werden 38 Alles Wachstum Besteht aus der inneren Welt Es macht Sinn In der ganzen Natur Jede Pflanze Jedes Tier Jeder Mensch Ist ein lebender Beweis Für dieses Große Gesetz Und der Fehler seit Jahren Liegt in dem Suchen Nach Stärke Und Macht In der äußeren Welt 39 Die innere Welt Ist ein Universalbrunnen Der Versorgung Und die äußere Welt Ist die Ausgabe der Strömung Unsere Fähigkeit zu empfangen Hängt mit dem Wahrnehmen Dieses Universalbrunnens ab Dieser unendlichen Energie Als welche heraus Jedes Individuum Ein Ausgangsergebnis ist Und so ist ein jeder einzigartig 40 Die Erkenntnis ist ein geistiger Prozess Geistige Aktion ist daher die Beeinflussung des Individuums Auf das Universum Und das Universum ist eine Intelligenz Welche den ganzen Raum Welche den ganzen Raum einnimmt Und das ganze Leben anregt Diese geistige Aktion und Reaktion Ist das Gesetz der Ursache Jedoch erzielt das Grundprinzip der Ursache Nicht das Individuum Sondern das Universum Es ist keine richtige Fähigkeit Sondern ein subjektiver Prozess Und die Resultate wurden in vielen Varianten Unter vielen Konditionen und Erfahrungen gesehen 41 Um leben zu können Muss es einen Geist geben Nichts kann ohne Geist existieren Alles was existiert Ist eine Manifestation Wurde kreiert Aus dieser einen grundlegenden Substanz Aus welcher und durch welche Alle Dinge entstanden sind Und immer wieder erschaffen werden 42 Wir leben in einem unergründlichen See Von plastischer Sinnessubstanz Diese Substanz lebt immer Und ist immer aktiv Sie ist bis zum höchsten Grade empfindlich Sie reicht von der Glückseligkeit Bis zu dem seelischen Leid Der Gedanke formt die Masse Aus welcher diese Substanz besteht 43 Vergessen Sie nicht Es liegt alles in der ständigen Anwendung Was den Erfolg ausmacht Erinnern Sie sich Dass das praktische Verständnis Dieses Gesetzes Darin besteht Reichtum gegen Armut Weisheit gegen Ignoranz Harmonie gegen Missstimmung Und Frieden gegen Wald zu ersetzen Es gibt sicherlich keinen besseren Segen Als diesen Von dem materiellen und sozialen Standpunkt aus gesehen 44 Nun machen Sie die Übungen Wählen Sie einen Raum Wo Sie alleine Und ungestört sind Setzen Sie sich aufrecht hin Bequem Aber ohne sich anzulehnen Lassen Sie Ihre Gedanken herumwandern Wohin diese wollen Aber bleiben Sie Für 15 bis 30 Minuten Unbewegt sitzen Wiederholen Sie dies Drei oder vier Tage Oder eine Woche So lange Bis Sie die volle Kontrolle Über Ihr physisches Dasein haben 45 Viele werden es extrem schwierig finden Andere schaffen es leichter Aber es ist absolut wichtig Dass Sie die volle Kontrolle Über Ihren Körper haben Bevor Sie bereit sind Weiter zu machen In der nächsten Woche Werden Sie weitere Anweisungen bekommen In der Zwischenzeit Müssen Sie dieses Kapitel Gemeistert haben Teil 01 Lernfragen mit Antworten 01 Was ist die Innere Im Verhältnis zu der äußeren Welt? Die innere Welt ist eine Reflexion Der äußeren 02 Wovon hängt der ganze Besitz ab? Der ganze Besitz hängt von der Bewusstheit ab 03 Wie stehen die Individuen Mit der äußeren Welt in Verbindung? Sie stehen mit der äußeren Welt Durch das Gehirn in Verbindung Das Gehirn ist das Organ dieses Verstandes 04 05 Wie stehen die Individuen Mit dem Universalen in Verbindung? Die Individuen stehen mit den Universalen Durch das Organ Solarplexus in Verbindung Welches Emotionen hervorruft 05 Was ist die universelle Kraft? 05 Die universelle Kraft ist der Grundsatz des Lebens Jedes Atoms, welches existiert 06 Wie können die Individuen auf das Universum agieren? Die Fähigkeit des Individuums zu denken ist seine Fähigkeit auf das Universum zu agieren Aktionen durchzuführen 07 Was ist das Resultat dieses Agierens? Das Resultat des Agierens sind die Ursache und Wirkung Jeder Gedanke ist eine Ursache und jeder Zustand ein Effekt 08 Wie können wir uns Harmonie und wünschenswerte Ergebnisse sichern? Indem wir richtig und bewusst denken 09 Was ist der Grund für Elend, Leid und Missklang? Der Grund für Elend, Leid und Missklang ist das falsche Denken 10 Was ist die Quelle aller Energie? Es ist die Innere Welt, das Universum, der unergründliche See, der Sinnessubstanz, die unendliche Energie, aus welcher jedes Individuum ein Ausgangsergebnis ist Der zweite Teil Gedanke ist Energie Für die Schwierigkeiten an unseren wahren Interessen sind die Unwissenheit und die verwirrten Ideen verantwortlich Eine interessante Aufgabe ist es, die Gesetze der Natur zu entdecken, mit denen wir selbst verbunden sind Das freie Denken und die moralische Erkenntnis sind deswegen von unschätzbarem Wert Alle Prozesse, sogar die der Gedanken, stehen auf festen Grundlagen Je schärfer die Empfindlichkeiten, desto spitzer das Urteil Je delikater der Geschmack, desto verfeinerter die Gefühle Je feiner die Intelligenz, desto hochmütiger die Hoffnung desto reiner und intensiver sind die Befriedigungen, die die Existenz bietet Daraus folgt, dass die Studie von Besten, das in der Welt gedacht worden ist, höchstes Vergnügen bereitet Die Kraft, die Handlung und die Möglichkeiten des Verstandes sind unter den neuen Deutungen unvergleichbar da er die extravagante Vollendung oder sogar die Träume des materiellen Fortschritts bringt Der Gedanke ist Energie Aktiver Gedanke ist aktive Energie Konzentrierter Gedanke ist konzentrierte Energie Ein Gedanke, der auf eine bestimmte Absicht konzentriert ist, wird zur Energie Das ist die Energie, die solche Menschen benutzen, die nicht an die Tugend der Armut oder die Selbstverleugnung glauben Diese Menschen erkannten, dass nur schwache Menschen darüber sprechen Die Fähigkeit, diese Energie anzunehmen und zu manifestieren, hängt mit der Fähigkeit zusammen Die unendliche Energie anzuerkennen, die in der Person selbst schlummert Die ständig dessen Körper und immer wieder dessen Geist aufbaut Und in jedem Augenblick bereit ist, durch die Person selbst sich zu manifestieren Mit genauen Maßen zur Anerkennung dieser Wahrheit Kommt es zur Manifestierung im Leben des Individuums Der zweite Teil erklärt die Methoden, mit denen dies möglich wird Teil 02 Gedanke ist Energie 01 Die Arbeit des Verstandes wird durch zwei parallele Abläufe der Aktivität vollzogen Der eine ist Bewusstheit, der andere Unbewusstheit Prof. Davidson sagt Derjenige, der denkt, die ganze Reichweite der mentalen Aktion mit dem Licht seiner eigenen Bewusstheit erleuchten zu können Unterscheidet sich nicht von dem, der das Universum mit einer Kerze erleuchten will 02 Die logischen Prozesse des Unterbewusstseins werden auf einer Gewissheit und Regelmäßigkeit ausgetragen welche unmöglich wären, wenn sie Störungen enthielten Unser Verstand ist so ausgestattet, dass er für uns die wichtigsten Grundlagen des Erkennens vorbereitet während wir nicht die geringste Ahnung der Vorgehungsweise haben 03 Die unbewusste Seele ist wie ein wohltätiger Fremder Sie arbeitet und stellt Vorbereitung für unseren Nutzen dar Sie gießt nur unsere reifen Früchte Diese große Analyse des Gedankenprozesses zeigt dass das Unterbewusstsein der Schauplatz der wichtigsten geistigen Erscheinung ist 04 Es geschieht durch das Unterbewusste durch welches Shakespeare die großen Wahrheiten wahrgenommen haben muss und das ohne Mühe Wahrheiten, welche im Bewusstsein des Schülers versteckt sind genauso wie Phidias, als er Marmor und Bronze umgearbeitet hat genauso wie Raphael, als er Schönheiten gemalt hat genauso wie Beethoven, als er Symphonien komponierte 05 Bequemlichkeit und Vollkommenheit hängen ausschließlich von dem Grad ab, in dem wir aufhören, vom Bewusstsein abzuhängen Das Klavierspielen, das Schlittschuhlaufen oder Bedienung der Schreibmaschine hängen für ihre vollkommene Ausführung vom Prozess der unterbewussten Gedanken ab Das Wunder, ein hervorragendes Stück auf dem Klavier zu spielen und gleichzeitig ein Gespräch zu führen zeigt die Größe unserer unterbewussten Kräfte 06 Wir sind alle bewusst, indem wir vom Unterbewussten abhängig sind und je größer, je edler, je hervorragender unsere Gedanken sind desto offensichtlicher ist es für uns, dass der Ursprung hinter unserem Wissen liegt Wir sind ausgestattet mit dem Taktgefühl, Instinkt und Sinn des Schönen der Kunst, Musik und so weiter Aber der Ursprung dessen ist uns völlig unbekannt 07 Der Wert des Unterbewussten ist enorm Denn dies begeistert uns, warnt uns, stattet uns mit Namen, Tatsachen und Erinnerungen aus Es leidet unsere Gedanken sowie Geschmäcker und vollbringt so komplizierte Aufgaben dass keine bewussten Gedanken, selbst wenn sie die Macht hätten, die Kapazität dafür haben 08 Wir können nach Wunsch spazieren gehen Wir können den Arm erheben Weil auch immer wir beschließen, es zu tun Wir können unsere Aufmerksamkeit durch das Auge oder Ohr zu jedem Thema nach Belieben lenken Andererseits können wir weder unsere Herzschläge noch den Blutkreislauf und das Wachstum des Körpers noch die Formation des Nerven- und Muskelgewebes, das Wachsen der Knochen oder vieler anderer wichtigerer Lebensprozesse stoppen 09 Wenn wir diese zwei Arten der Handlung vergleichen die eine durch den Willen des Momentes geführt und die andere in majestätischen, rhythmischen, laufvorschreitend aber in jedem Moment unveränderlich, stehen wir in der Erforscht der Letzteren und bitten, das Mysterium erklären zu lassen Wir sehen sofort, dass diese unbewussten Handlungen die Lebensprozesse unseres physischen Lebens sind und wir die Schlussfolgerung nicht vermeiden können, dass diese äußerst wichtigen Funktionen vom Bereich unseres äußeren Willens mit ihren Schwankungen und Übergängen absichtlich getrennt und unter der Anweisung einer dauerhaften und zuverlässigen Kraft in uns hineingelegt wird 10. Die äußere und veränderliche Kraft wird bewusster Gedanke oder auch objektiver Gedanke genannt Klammer auf befasst sich mit äußeren Objekten Die innere Kraft wird unterbewusster Gedanke genannt ebenso subjektiver Gedanke 11. Und außer der Arbeit an der geistigen Ebene kontrolliert sie die regelmäßigen Funktionen, die physisches Leben möglich macht 11. Es ist notwendig, ein klares Verständnis von der betroffenen Funktion auf der geistigen Ebene sowie von bestimmten anderen Grundsätzen zu haben 12. Die 5 physischen Sinne, wahrnehmend und sich ihrer bedienend, befasst sich der bewusste Gedanke mit den Eindrücken und Gegenständen des äußeren Lebens 12. Das Bewusstsein hat die Fähigkeit, das Urteilsvermögen und trägt die Verantwortung der Wahl in sich 13. Es hat die Kraft des Denkens, ob induktiv oder deduktiv 14. Und diese Kraft kann hochgradig entwickelt werden 15. Das Bewusstsein ist der Sitz des Willens mit der ganzen Energie, welche daraus fließt 15. Es kann nicht nur andere Gedanken beeinflussen, sondern es kann auch den Un der bewussten Gedanken leiten 15. Auf diese Weise wird der bewusste Gedanke der verantwortliche Herrscher und Wächter der unbewussten Gedanken 15. Es ist diese hohe Funktion, die Gegebenheiten in ihrem Leben vollkommen ändern kann 14. Es ist oft wahr, dass Zustände der Angst, Sorge, Armut, Krankheit und sonstige Übel aller Art 15. All das kann der ausgebildete, bewusste Gedanke ausschließlich durch seine wachsame Schutzhandlung verhindern 15. Er kann als Wächter am Tor des großen, unterbewussten Bereichs bezeichnet werden 15. Ein Schriftsteller hat den Hauptunterschied zwischen den zwei Phasen der Gedanken so ausgedrückt Der bewusste Gedanke urteilt vernünftig Der unterbewusste Gedanke ist der instinktive Wunsch, das Ergebnis des frorigen Denkens 16. Der unterbewusste Gedanke zieht gerade und genauso Schlussfolgerungen von den äußeren Quellen ausgestattet mit Vorschlägen Wo der Vorschlag wahr ist, erreicht der unterbewusste Gedanke einen fehlerfreien Beschluss Aber wo der Vorschlag einen Fehler enthält, versagt die ganze Struktur 17. Der unterbewusste Gedanke beschäftigt sich nicht mit dem Prozess des Beweises Er verlässt sich auf den bewussten Gedanken, dem Wächter am Tor, der ihn vor verwechselbaren Eindrücken schützt 17. Wenn man irgendwelche Vorschläge als wahr empfängt, geht der unterbewusste Gedanke sofort weiter, darauf im Ganzen seines enormen Arbeitsbereiches zu handeln 18. Der bewusste Gedanke kann entweder Wahrheit oder Fehler vorschlagen Bei letzteren ist es der Preis des großen Risikos vom ganzen Wesen 18. Der bewusste Gedanke sollte während jeder wachen Stunde in Betrieb sein 18. Wenn der Wächter nicht auf dem Posten ist und sein stilles Urteil unter einer Vielfalt von Verhältnissen aufgehoben wird, dann ist der unterbewusste Gedanke unbewacht und wird zum Vorschlag von allen Quellen offengelassen 18. Während wilder panischer Aufregung, während des Ausmaßes der Wut, der Impulse, der verantwortungslosen Menge oder in jeder anderen Zeit des uneingeschränkten Empfindens, sind die Zustände am gefährlichsten 18. Der unterbewusste Gedanke ist dann gegenüber dem Vorschlag der Angst, des Hasses, der Selbstwertminderung, der Habgier, des Selbstwertverlustes und anderer negativer Kräfte offen und wird auf Umgebungspersonen 19. Verhältnisse zurückgeführt Das Ergebnis ist gewöhnlich extrem ungesund und kann mit langen, quälenden Folgen andauern 20. Folglich ist es von großer Wichtigkeit, den unterbewussten Gedanken vor falschen Eindrücken zu schützen 19. Der unterbewusste Gedanke nimmt durch die Intuition wahr 20. Folglich sind seine Prozesse schnell 20. Er wartet nicht auf die langsamen Methoden des bewussten Denkens 20. Tatsächlich kann er sie auch gar nicht verstehen 20. Der unterbewusste Gedanke schläft niemals, ruht sich niemals aus, ebenso wenig wie ihr Herz oder ihr Blut 20. Es ist bewiesen worden, dass bei einfachen Aussagen zum unterbewussten Gedanken bestimmter spezifischer Dinge, die erreicht werden sollen, Kräfte in dem Vorgang freigesetzt werden, die zum gewünschten Ergebnis führen. Hier ist eine Quelle der Kraft, die uns in Berührung mit dem Allmächtigen stellt. 21. Darin ist ein tiefer Grundsatz, der unserer aufrichtigsten Studie würdig ist. 21. Der Ablauf dieses Gesetzes ist interessant 22. Diejenigen, die es in Betrieb setzen, stellen fest, dass wenn sie ausgehen, um die Person zu treffen, mit der sie ein schwieriges Interview erwarten, etwas dort vor ihnen gewesen ist und die befürchteten Unstimmigkeiten aufgelöst hat. 23. Alles wurde verändert. Alles ist harmonisch. Sie stellen fest, dass wenn sich ein schwieriges Geschäftsproblem darstellt, sie sich eine Verzögerung leisten können. 24. Und etwas, die die Lösung vorschlägt. Alles wird korrekt eingeordnet. Tatsächlich erkennen diejenigen, die gelernt haben, dem Unterbewussten zu vertrauen, dass sie damit unendliche Ressourcen unter Kontrolle haben. 22. Der unterbewusste Gedanke ist der Sitz unserer Grundsätze und unseres Ehrgeizes. 23. Er ist die Schriftart unserer künstlerischen und selbstlosen Ideale. 23. Diese Instinkte können nur durch einen wohldurchdachten und allmählichen Prozess gestürzt werden, welche die fehlerhaften Grundsätze beseitigen. 23. Der unterbewusste Gedanke kann nicht widersprüchlich streiten. 24. Wenn er falsche Vorschläge angenommen hat, ist die sichere Methode, diese zu überwinden, folglich die, einen starken Gegenvorschlag zu gebrauchen. 25. Oft wiederholt, den der Verstand akzeptieren muss, so werden schließlich neue und gesunde Gewohnheiten des Verstandes und Lebens gebildet. 26. Weil der unterbewusste Verstand der Sitz der Gewohnheit ist. 27. Das, was wir immer wieder tun, wird mechanisch, wir denken nicht mehr länger darüber nach. 27. Es hat aber seine tiefen Spuren in den unterbewussten Verstand getragen. 28. Das ist für uns günstig, wenn die Gewohnheit gesund und richtig ist. 29. Wenn sie schädlich und falsch sein sollte, liegt die Lösung darin, 29. Das Allmächtige des unterbewussten Verstandes anzuerkennen und gegenwärtige Freiheit vorzuschlagen. 29. Das unterbewusste Wesen ist kreativ und eins mit unserer Gottesquelle. 30. Es wird sofort die vorgeschlagene Freiheit schaffen. 24. Zusammenfassung Die normalen Funktionen des Unterbewussten sind auf der physischen Seite mit den regelmäßigen und lebenswichtigen Prozessen, mit dem Schutz des Lebens und der Wiederherstellung der Gesundheit verbunden, mit der Sorge des Nachwuchses, welche den instinktiven Wunsch einschließt, das ganze Leben zu bewahren und allgemein zu verbessern. 25. Auf der geistigen Seite funktioniert das Unterbewusste als ein Lagerhaus des Gedächtnisses. Es beherbergt die wunderbaren Gedankenboten, die ungehindert von Zeit oder Raum arbeiten. Das Unterbewusste ist der Brunnen der praktischen Initiative und konstruktiven Kräfte des Lebens. 26. Es ist Sitz der Gewohnheit. 26. Auf der spirituellen Seite ist das Unterbewusste die Quelle der Ideale, des Strebens und der Vorstellungskraft. Es ist auch der Kanal, durch den wir unsere Gottesquelle anerkennen. Im Verhältnis dazu, wie wir diese Gottheit anerkennen, verstehen wir immer mehr die Quelle der Kraft. 27. Jemand wird fragen, wie kann das Unterbewusste die Zustände verändern? Die Antwort lautet, weil das Unterbewusste ein Teil des universalen Geistes ist und ein Teil dasselbe in Art und Qualität, wie das Ganze sein muss. Der einzige Unterschied ist der des Grades. Das Ganze, wie wir wissen, ist schöpferisch tätig. Tatsächlich ist es der einzige Schöpfer, den es gibt. Deswegen erkennen wir, dass der Verstand schöpferisch ist. Da das Denken die einzige Tätigkeit des Verstandes ist, muss auch zwangsläufig der Gedanke schöpferisch sein. 28. Aber wir werden feststellen, dass es einen riesengroßen Unterschied zwischen dem einfachen Denken und den lenkenden Gedanken, die wir bewusst, systematisch und konstruktiv führen, gibt. Wenn wir bewusst, systematisch und konstruktiv denken, bringen wir unseren Verstand in Harmonie mit dem universalen Geist. Wir kommen in die Melodie zu den Unendlichen. Wir setzen in diesem Verfahren die mächtige Kraft frei, die existiert, nämlich die kreative Energie des universalen Geistes. Das, wie auch alles andere, wird nach dem natürlichen Gesetz beherrscht. Und dieses Gesetz ist das Gesetz der Anziehung. Es ist die kreative Energie und wird automatisch mit Ihrer Absicht in Beziehung zum Gedanken gestellt, um die Manifestation zu vollbringen. 29. Letzte Woche gab ich Ihnen eine Übung mit der Absicht, die Kontrolle des physischen Körpers sich anzueignen. Wenn Sie dies beherrschen, sind Sie bereit, weiterzugehen. Dieses Mal werden Sie beginnen, Ihren Gedanken zu kontrollieren. Nehmen Sie, wenn möglich, dasselbe Zimmer, denselben Stuhl und immer dieselbe Position ein. In einigen Fällen ist es nicht möglich, dasselbe Zimmer zu nehmen. In diesem Fall benutzen Sie die nächstmöglichen Gegebenheiten, die zur Verfügung stehen. 30. Seien Sie jetzt vollkommen regungslos, wie zuvor. Aber dieses Mal blockieren Sie jeden Gedanken. Das wird Ihnen Kontrolle über alle Gedanken an Kummer, Sorge und Furcht geben und Ihnen ermöglichen, nur die Art von Gedanken in Betracht zu ziehen, die Sie wünschen. Setzen Sie diese Übung fort, bis Sie diese beherrschen. 30. Sie werden nicht imstande sein, das für mehr als ein paar Momente ohne Unterbrechung zu tun. Aber diese Übung ist wertvoll, weil sie eine sehr praktische Demonstration der großen Anzahl von Gedanken sein wird, die ständig versuchen, Zugang zu ihrer geistigen Welt zu gewinnen. 31. Nächste Woche werden Sie Instruktionen für eine Übung erhalten, die ein wenig interessanter sein mag. Aber es ist notwendig, dass Sie diese hier zuerst meistern. Lernfragen mit Antworten 11. Welche sind die zwei Arten der geistigen Tätigkeit? Es sind die bewusste und die unbewusste Art. 12. Wovon hängen Bequemlichkeit und Vollkommenheit ab? Bequemlichkeit und Vollkommenheit hängen völlig von dem Grad ab, in dem wir aufhören, von dem bewussten Gedanken abzuhängen. 13. Wie hoch ist der Wert des Unterbewussten? Er ist enorm, er führt uns, warnt uns, kontrolliert die Lebensprozesse und ist Sitz der Gewohnheiten. 14. Was sind einige Funktionen des bewussten Gedankens? Er hat die Fähigkeit des Urteilsvermögens und die Kraft des Denkens. Er ist der Sitz des Willens und kann das Unterbewusstsein beeinflussen. 15. Wie wird der Unterschied zwischen dem Bewussten und Unterbewussten erklärt? Der bewusste Gedanke urteilt vernünftig. Der unterbewusste Gedanke ist instinktiver Wunsch, das Ergebnis des frorigen Denkens. 16. Welche Methode ist notwendig, um das Unterbewusste zu lenken? 17. Der geistige Zustand von dem, was gewollt wird. 17. Was wird das Resultat davon sein? Wenn der Wunsch in Harmonie mit der Bewegung des großen Ganzen steht, werden Kräfte in Bewegung gesetzt, welche das Ergebnis erzielen werden. 18. Was ist das Ergebnis der Anwendung dieses Gesetzes? 18. Unsere Umgebung reflektiert die Zustände entsprechend der vorherrschenden geistigen Einstellung, die wir in Betracht ziehen. 19. Wie heißt dieses Gesetz? Dieses Gesetz heißt das Gesetz der Anziehung. 20. Wie wird das Gesetz festgelegt? 20. Es ist die schöpferische Energie und wird automatisch mit ihrer Absicht in die Beziehung zum Gedanken gestellt, um die Manifestation zu wohlbringen. 20. Die Magengrube ist mit der Sonne des Körpers verglichen worden, weil sie der Mittelpunkt für die Energieverteilung ist, welche der Körper ständig erzeugt. Diese Energie ist echte Energie und diese Sonne ist eine echte Sonne. 20. Sie wird durch die Nerven zu allen Bereichen des Körpers transportiert und in die Atmosphäre geleitet, die den Körper umgibt. 20. Wenn diese Ausstrahlung stark genug ist, wird die Person anziehend genannt. Man kann auch sagen, er oder sie strahlt das gewisse Etwas aus. Solch eine Person kann für immer eine riesige Kraft ausüben. 20. Schon ihre Anwesenheit kann bei gewichtigen Meinungsverschiedenheiten mehrere Personen, mit denen sie in Kontakt kommt, eine friedliche Einigung bewirken. 20. Wenn die Magengrube aktiv ist und im Leben Energie und Lebenskraft in jedem Körperteil ausstrahlt, sind die Empfindungen angenehm. 20. Wenn es eine Unterbrechung dieser Ausstrahlung gibt, sind die Empfindungen unangenehm. Zu einigen Teilen des Körpers wird der Fluss des Lebens und der Energie aufgehalten. 20. Und genau diese Unterbrechung der Ausstrahlung ist die Ursache jedes Erkrankens, des menschlichen Geschlechts, körperlich, geistig oder umweltbedingt. 20. Körperlich krank wird man, weil der Körper nicht mehr ausreichend Energie bekommt, um bestimmte Teile des Körpers zu beleben. 20. Geistig, weil der bewusste Verstand von dem unterbewussten Verstand abhängig ist. 21. Für die Lebenskraft ist es notwendig, den unterbewussten Verstand zu unterstützen. 21. Eine umweltbedingte Erkrankung liegt vor, weil die Verbindung zwischen dem unterbewussten Verstand und dem universalen Geist unterbrochen ist. 21. Die Magengrube ist der Punkt, an dem sich ein Teil mit dem Ganzen trifft, wo das Begrenzte unendlich wird, wo das Nicht-Kreative zum Kreativen wird. 22. Das Universale individualisiert wird und das Unsichtbare sichtbar wird. 23. Sie ist der Punkt, an dem Leben erscheint, und es gibt keine Grenze im Wert des Lebens, die eine Person durch sein Sonnenzentrum erzeugen kann. 23. Dieses Zentrum der Energie ist allmächtig, weil es der Punkt des Kontaktes mit dem vollständigen Leben und der umfassenden Intelligenz ist. 24. Unsere Magengrube kann deshalb das vollbringen, wozu auch immer wir es leiden, und darin liegt die Kraft des bewussten Denkens. 25. Alles ist möglich. 26. Das Unterbewusste kann und wird solche Pläne und Ideen ausführen, wie diese von dem bewussten Verstand vorgeschlagen worden sind. 27. Der bewusste Gedanke ist daher der Meister dieses Sonnenzentrums, von welchen das Leben und die Energie des kompletten Körpers ausströmen. 28. Die Qualität der Gedanken, welche wir in Erwägung ziehen, bestimmt die Qualität der Gedanken, die diese Sonne ausstrahlen wird. 29. Die Eigenschaft der Gedanken, welche unser bewusster Geist innehat, wird die Eigenschaft der Gedanken bestimmen, welche diese Sonne ausstrahlen wird. 29. Die Art der Gedanken, welche unser bewusster Geist in Erwägung zieht, wird die Art der Gedanken bestimmen, die diese Sonne ausstrahlen wird. Und somit wird es die Art der Erfahrung bestimmen, die sich daraus resultieren wird. 13. Deshalb ist es sehr offensichtlich, dass alles, was wir tun müssen, darin besteht, unser Licht scheinen zu lassen. Je mehr Energie wir ausstrahlen können, desto schneller wird es uns möglich werden, unerwünschte Bedingungen in Quellen des Vergnügens und Gewinn umzuwandeln. Die wichtigste Frage ist deshalb, wie man dieses Licht scheinen lässt, wie man diese Energie erzeugt. 14. Ein nicht widerstandsfähiger Gedanke dehnt die Magengrube aus. Ein widerstandsfähiger Gedanke schließt sie. Angenehme Gedanken erweitern sie aus, unangenehme schließen sie. 15. Gedanken an Mut, Kraft, Vertrauen und Hoffnung erzeugen alle einen entsprechenden Zustand. Aber es gibt einen Erzfeind des Sonnengeflechts, der unbedingt zerstört werden muss, bevor es eine Möglichkeit gibt, irgendein Licht scheinen zu lassen. Das ist die Angst. Dieser Feind muss völlig zerstört werden. Er muss beseitigt und für immer vertrieben werden. Er ist die Wolke, die die Sonne verbirgt, ein Feind, welcher eine fortwährende Dunkelheit verursacht. 15. Er ist ein persönlicher Teufel, der die Menschen, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft fürchten lässt. 16. Sie fürchten sich selbst, ihre Freunde und ihre Feinde, alles und jeden. Wenn Angst völlig zerstört ist, wird ihr Licht erscheinen, die Wolken werden sich verziehen und sie werden die Quelle der Kraft, der Energie und des Lebens gefunden haben. 16. Wenn sie erkennen, dass sie wirklich eins mit der unendlichen Kraft sind und wenn sie diese Kraft durch eine praktische Demonstration ihrer Fähigkeit bewusst begreifen, jeden nachteiligen Zustand durch die Kraft ihres Gedankens zu überwinden, werden sie nichts haben, um sich zu fürchten. Die Angst wird zerstört sein und sie werden in den Besitz ihres Geburtsrechtes eintreten. 17. Es ist unsere Einstellung der Gedanken zum Leben, welche die Erfahrungen bestimmen, auf die wir treffen sollen. Wenn wir nichts erwarten, sollen wir nichts bekommen. Wenn wir viel fordern, sollen wir den größeren Teil erhalten. Die Welt ist nur hart, wenn wir daran scheitern, uns zu behaupten. 18. Die Kritik der Welt ist nur für denjenigen bitter, der keinen Raum für seine Ideen erzwingen kann. Es ist die Angst vor dieser Kritik, die verursacht, dass viele Ideen scheitern, das Licht der Welt zu erblicken. 18. Aber der Mensch, der weiß, dass er eine Magengrube hat, wird Kritik oder irgendetwas anderes nicht fürchten. Er wird zu beschäftigt sein, Mut, Vertrauen und Kraft auszustrahlen. Erfolg wird er durch seine geistige Einstellung erwarten. Er wird Barrieren, Barrieren auseinanderbrechen und über den Abgrund des Zweifelns und Zögerns springen, welche die Angst ihn auf seinen Weg platziert hat. 19. Das Wissen über unsere Fähigkeit, bewusst Gesundheit, Kraft und Harmonie auszustrahlen, wird uns zu der Erkenntnis bringen, dass es nichts gibt, vor dem man sich fürchten muss, weil wir mit der unendlichen Kraft in Verbindung stehen. 20. Dieses Wissen kann nur durch praktische Anwendung dieser Information gewonnen werden. Wir lernen, indem wir handeln. Durch die Praxis wird der Wettkämpfer stark. 21. Weil die folgende Erklärung von beträchtlicher Wichtigkeit ist, werde ich diese auf mehrere Weisen darstellen, so dass Sie nicht scheitern können, Ihre volle Bedeutung zu verstehen. Wenn Sie eine Neigung zum Religiösen haben, würde ich sagen, Sie können Ihr Licht scheinen lassen. Wenn Sie eine Neigung zur körperlichen Wissenschaft haben, würde ich sagen, Sie können die Magengrube aufwecken. Oder wenn Sie die ausschließlich wissenschaftliche Interpretation bevorzugen, sage ich, Sie können Ihren unterbewussten Geist anregen. 22. Ich habe Ihnen bereits gesagt, was das Ergebnis dieses Eindruckes sein wird. 23. Es ist die Methode, für die Sie sich jetzt interessieren. 24. Sie haben bereits gelernt, dass das Unterbewusste intelligent und kreativ ist und dass es auf den Willen der bewussten Gedanken reagiert. 25. Was ist dann der natürlichste Weg, den gewünschten Eindruck zu erzielen? 26. Er liegt darin, sich geistig auf das Ziel Ihres Wunsches zu konzentrieren. 27. Wenn Sie sich konzentrieren, beeinflussen Sie das Unterbewusstsein. 23. Das ist nicht der einzige Weg, aber es ist der einfachste, wirksamste und der direkteste Weg. Und deshalb ist es der Weg, auf dem die besten Ergebnisse gesichert werden. Es ist die Methode, die solche außergewöhnlichen Ergebnisse erzeugt und viele denken, dass Wunder vollbracht werden. 24. Es ist die Methode, durch welchen jeden großen Erfinder, jedem großen Finanzmann, jedem großen Staatsmann ermöglicht worden ist, die feine und unsichtbare Kraft des Wunsches, Glaubens und Vertrauens in wirkliche, greifbare, konkrete Tatsachen der objektiven Welt umzuwandeln. 25. Der unterbewusste Gedanke ist ein Teil des universalen Geistes. Das Universale ist der schöpferische Grundsatz des Universums. Ein Teil muss dasselbe in der Art und Qualität wie das Ganze sein. Das bedeutet, dass diese schöpferische Kraft absolut unbegrenzt ist. Sie wird durch den Präzedenzfall keiner Art gebunden und hat deshalb kein vorheriges, vorhandenes Muster, das durch einen konstruktiven Grundsatz angewendet wird. 26. Wir haben erkannt, dass der unterbewusste Gedanke zu unserem bewussten Willen Zugang hat, was bedeutet, dass die unbegrenzte, schöpferische Kraft des universalen Geistes sich innerhalb der Kontrolle des bewussten Verstandes der Person befindet. 27. Wenn Sie eine praktische Anwendung dieses Grundsatzes durchführen, in Übereinstimmung mit den gegebenen Übungen, in den nachfolgenden Lehren, ist es gut, sich zu erinnern, dass es nicht notwendig ist, die Methode zu entwerfen, durch die das Unterbewusste die Ergebnisse erzeugen wird, die Sie wünschen. Das Begrenzte kann nicht das Unendliche informieren. Sie sollen einfach nur sagen, was Sie wünschen, nicht, wie Sie es erhalten sollen. 28. Sie sind der Kanal, durch den das Unklare zur Klarheit wird. Und diese Klarheit wird durch die Aneignung erreicht. 29. Erforderlich ist dabei nur die Erkenntnis, die Ursachen in Bewegung zu bringen, welche die Ergebnisse in Übereinstimmung mit Ihrem Wunsch erzielen wird. Das wird vollbracht, weil das Universale nur durch die Person und die Person nur durch das Universale handeln kann. Die beiden sind eins. 29. Für Ihre Übung in dieser Woche werde ich Sie bitten, einen Schritt weiter zu gehen. Ich will, dass Sie nicht nur vollkommen regungslos da sitzen und alle Gedanken so weit wie möglich blockieren, sondern sich auch noch entspannen. Lassen Sie los. Lassen Sie die Muskeln Ihren üblichen Zustand annehmen. Das wird den ganzen Druck von den Nerven nehmen und so die Spannung beseitigen, die so oft körperliche Erschöpfung erzeugt. 30. Körperliche Entspannung ist eine vorsätzliche Übung des Willens und die Übung wird als von großer Wichtigkeit empfunden, da sie dem Blut ermöglicht, frei vom Gehirn zum Körper zu zirkulieren. 31. Spannungen führen zu geistiger Unruhe und anormaler Geistestätigkeit. Sie erzeugen Ärger, Sorge, Angst und Beunruhigung. Entspannung ist deshalb eine absolute Notwendigkeit, um dem Denkvermögen zu erlauben, die größte Freiheit auszuüben. 32. Machen Sie diese Übung ebenso gründlich und vollenden Sie diese so gut wie möglich. Bestimmen Sie geistig, dass Sie jeden Muskel und Nerv entspannen werden, bis Sie sich ruhig und erholsam und im Frieden mit sich selbst und der Welt fühlen. 33. Die Magengrube wird dann bereit sein zu fungieren und Sie werden vom Ergebnis überrascht sein. Ursache und Wirkung sind ebenso absolut und unbeirrbar im verborgenen Reich der Gedanken wie in der Welt von sichtbaren und materiellen Dingen. Geist ist der Meisterweber sowohl des inneren Gewandes des Charakters als auch des äußeren Gewandes des Umstandes. James Allen Teil 03 Lernfragen mit Antworten 21. Welches Nervensystem ist das Organ des bewussten Verstandes? Das Gehirn. 22. Welches Nervensystem ist das Organ des bewussten Verstandes? Das mitfühlende System Klammer auf Magengrube Klammer zu 23. Was ist der Mittelpunkt für die Energieverteilung? Die Magengrube 24. Wie kann diese Verteilung unterbrochen werden? Durch widerstandsfähige, kritische, nicht miteinander harmonierende Gedanken, aber hauptsächlich durch die Angst. 25. Was ist die Folge einer solchen Unterbrechung? Jede Erkrankung, mit der der Mensch gequält wird. 26. Wie kann diese Energie kontrolliert und geleitet werden? Durch den bewussten Gedanken. 27. Wie kann Angst völlig beseitigt werden? Durch das Verstehen und die Anerkennung der wahren Quelle der ganzen Kraft. 28. Was bestimmt die Erfahrungen, mit denen wir uns im Leben auseinandersetzen? Unsere vorherrschende geistige Einstellung. 29. Wie können wir die Magengrube aufwecken? Indem wir uns geistig auf den Zustand konzentrieren, den wir in unserem Leben manifestiert zu sehen wünschen. 30. Was ist der kreative Grundsatz des Universums? Der universelle Geist Der vierte Teil Das wahre Ich Einleitung Teil 04 Hiermit überreiche ich Ihnen Teil 4 dieser Lehre. Dieser Teil wird Ihnen das Wieso folgender Aussage erklären. Das, was du denkst, tust oder fühlst, das bist du auch. Gedanke ist Energie und Energie ist Kraft. Es ist so, dass alle Religionen, Wissenschaften und Philosophien, mit denen die Welt vertraut gewesen ist, auf die Manifestation dieser Energie statt der Energie selbst beruhen, dass die Welt auf Wirkungen Äußeres beschränkt worden ist, während Ursachen Inneres ignoriert oder missverstanden worden sind. Aus diesem Grund haben wir Gott und den Teufel in der Religion, das Positive und Negative in der Wissenschaft und das Gute und Schlechte in der Philosophie. Das Master-Key-System kehrt den Prozess um. Es interessiert sich nur für die Ursache und die von Schülern erhaltenen Briefe erzählen eine erstaunliche Geschichte. Sie zeigen abschließend, dass Schüler die Ursache finden, durch die sie für sich selbst Gesundheit, Harmonie und Überfluss sichern können und was sonst noch für ihr Wohlbefinden und Glück notwendig sein kann. Leben ist ausdrucksvoll und es ist unsere Aufgabe, sich harmonisch und konstruktiv zu äußern. Kummer, Elend, Sorge, Krankheit und Armut sind keine Notwendigkeiten und wir beseitigen sie ständig. Aber dieser Prozess des Beseitigens besteht im Überschreiten über und hinter die Grenze jeder Art. Derjenige, der gestärkt ist und seinen Gedanken gereinigt hat, braucht sich nicht mit Parasiten zu beschäftigen und derjenige, der das Verstehen des Gesetzes des Überflusses erlangt hat, wird sofort zur Quelle der Versorgung gehen. Es ist so, dass Vorsehung, Glück und Schicksal ebenso bereitwillig kontrolliert werden, wie ein Kapitän sein Schiff oder ein Schaffner seinen Zug kontrolliert. Teil 04 Das wahre Ich 01 Das Ich von Ihnen ist nicht der physische Körper. Es ist nur ein Instrument, welches das Ich benutzt, um seine Absichten auszuführen. Ich kann nicht der Verstand sein, weil der Verstand nur ein anderes Instrument ist, welches Ich braucht, um damit zu denken, zu schlussfolgern und zu planen. 02 Das Ich muss etwas sein, was kontrolliert und sowohl den Körper als auch den Verstand leitet. Das Ich ist etwas, was bestimmt, was Körper und Verstand tun und wie sie handeln sollen. Wenn Sie in eine Erkenntnis der wahren Natur des Ichs eintreten, werden Sie ein Gefühl der Kraft genießen, das Sie niemals vorher gekannt haben. 03 Ihre Persönlichkeit wird aus unzähligen individuellen Eigenschaften, Besonderheiten und Gewohnheiten des Charakters zusammengesetzt. Diese sind das Ergebnis Ihrer vorigen Methode zu denken. Aber solche Methoden haben nichts mit dem wirklichen Ich zu tun. 04 Wenn Sie sagen, Ich denke, dann sagt das Ich dem Verstand, was es denken soll. Wenn Sie sagen, Ich gehe, dann sagt das Ich dem physischen Körper, wohin er gehen soll. Die echte Natur des Ichs ist spirituell und es ist die Quelle der wirklichen Kraft, die zu Männern und Frauen kommt, wenn Sie die Erkenntnis Ihrer wahren Natur erlangen. 05 Die größte und erstaunlichste Kraft, die dem Ich gegeben worden ist, ist die Kraft zu denken. Aber wenige Menschen wissen, wie man konstruktiv oder richtig denkt. Deshalb erreichen sie nur gleichgültige Ergebnisse. Die meisten Menschen erlauben ihren Gedanken auf selbstsüchtige Absichten, welche unvermeidlichen Ergebnissen eines kindlichen Verstandes nahe kommen, einzugehen. Wenn ein Verstand reif wird, versteht er, dass der Keim des Misserfolgs in jedem selbstsüchtigen Gedanken liegt. 06 Der ausgebildete Verstand weiß, dass jeder Vorkang, jeder Person nützen muss, die mit dem Vorgang zu tun hat. Und jeder Versuch, sich einen Vorteil durch die Schwäche, Unerfahrenheit oder Notwendigkeit eines anderen zu dessen Nachteil zu Nutze zu machen, führt unvermeidlich zum eigenen Nachteil. 07 Es ist so, weil die Person ein Teil des Universalen ist. Ein Teil kann gegen keinen anderen Teil ankämpfen. Auf der anderen Seite hängt das Gemeinwohl jedes Teils von einer Anerkennung im Interesse des Ganzen ab. 08 Diejenigen, die diesen Grundsatz erkennen, haben einen großen Vorteil in den Angelegenheiten des Lebens. Sie nutzen sich nicht ab. Sie können wandernde Gedanken mit Leichtigkeit beseitigen. Sie können sich zum höchstmöglichen Grad auf jedes Thema bereitwillig konzentrieren. Sie vergeuden weder Zeit noch Geld für Sachen, die für Sie von keinem möglichen Nutzen sind. 09 Wenn Sie diese Sachen nicht erleben können, ist es, weil Sie bis jetzt nicht den notwendigen Versuch unternommen haben. Jetzt ist die Zeit, um sich anzustrengen. Das Ergebnis wird genau im Verhältnis zur Investition stehen. Eine der stärksten Affirmationen, die Sie zur Absicht benutzen können, den Willen zu stärken und Ihre Kraft zu begreifen, ist die Erkenntnis, ich kann das sein, was ich sein möchte. 10 Jedes Mal, wenn Sie es wiederholen, versuchen Sie zu verstehen, wer und was dieses Ich ist. Versuchen Sie, in ein gründliches Verständnis von der wahren Natur des Ichs einzutreten. Wenn Sie es tun, werden Sie unbesiegbar, vorausgesetzt, Ihre Ziele und Absichten sind konstruktiv und aufgrund dessen in der Harmonie mit dem kreativen Grundumsatz des Universums. 11 Wenn Sie von dieser Affirmation Gebrauch machen, dann machen Sie es dauernd, in der Nacht und am Morgen und ebenso häufig während des Tages. Wenn Sie denken, setzen Sie es fort, tun Sie es, bis es ein Teil von Ihnen wird. Pflegen Sie es wie eine neue Gewohnheit. 12 Wenn Sie das nicht tun, dann fangen Sie besser überhaupt nicht an. Denn moderne Psychologie sagt uns, dass wenn wir etwas anfangen und es nicht vollenden oder einen Entschluss fassen und ihn nicht beibehalten, wir die Gewohnheit des Misserfolgs herausbilden. Absoluten, schändlichen Misserfolg. Wenn Sie nicht vorhaben, eine Sache zu machen, fangen Sie diese nicht an. Wenn Sie sie aber wirklich anfangen, ziehen Sie sie durch, selbst wenn der Himmel einfällt. Wenn Sie Ihren Entschluss fassen, etwas zu tun, dann suchen Sie es. Lassen Sie nichts und niemanden sich einmischen. Das Ich in Ihnen hat es bestimmt, die Sache ist entschieden. Die Würfel sind gefallen, es gibt kein Zurück mehr. 13. Wenn Sie diese Idee ausführen, beginnen mit kleineren Dingen, von denen Sie wissen, dass Sie diese kontrollieren und allmählich die Bemühungen vergrößern können. Werden Sie erkennen, dass Sie sie schließlich beherrschen können. Erlauben Sie aber niemals unter irgendwelchen Umständen, dass Ihr Ich überstimmt wird. Leider haben viele Männer und Frauen zu Ihren Bedauern erkannt, dass es leichter ist, ein Königreich zu regieren, als sich selbst zu beherrschen. 14. Aber wenn Sie gelernt haben, sich zu beherrschen, werden Sie die innere Welt gefunden haben, welche die äußere kontrolliert. Sie werden unwiderstehlich sein. Menschen und Dinge werden auf jeden ihren Wunsch ohne eine sichtbare Anstrengung ihrerseits antworten. 15. Das ist nicht so sonderbar oder unmöglich, wie es scheinen mag, wenn Sie sich erinnern, dass die innere Welt durch Ich kontrolliert wird und dass das Ich ein Teil oder eins mit dem unendlichen Ich ist, welcher die universelle Energie oder wie gewöhnlich genannt Geist Gottes ist. 16. Das ist nicht bloß eine Behauptung oder zum Zweck bestimmte Theorie, um eine Idee zu gründen, sondern es ist eine Tatsache, die durch den besten religiösen sowie den besten wissenschaftlichen Gedanken angenommen worden ist. 17. Herbert Spender sagt, mitten in allen Mysterien, die uns umgeben, ist nichts sicherer, als dass wir immer in Anwesenheit von einer unendlichen und ewigen Energie umgeben sind, von der alle Dinge entspringen. 18. Leiman Abbott schreibt ein Brief an ein theologisches Priesterseminar. Wir kommen, um an Gott zu denken, an den Gott, der im Menschen lebt, aber nicht an den Gott, der die Menschen bedient. 19. Wissenschaft legt nur eine kurze Strecke bei ihrer Suche zurück. Sie findet die immer gegenwärtige ewige Energie, aber die Religion findet die Kraft hinter dieser Energie und legt sie innerhalb des Menschen. Aber das ist keineswegs eine neue Entdeckung. Die Bibel sagt genau dasselbe und die Sprache ist ebenso die Ebene wie die Überzeugung. Wissen sie nicht, dass sie der Tempel des lebendigen Gottes sind? Hierin also liegt das Geheimnis der wunderbaren kreativen Kraft der inneren Welt. 20. Hier befindet sich das Geheimnis der Beherrschung sich zu überwinden bedeutet nicht ohne äußerliche Dinge auszukommen. Selbstverleugnung ist kein Erfolg. Wir können nicht geben außer wir haben es. Wir können nicht helfen außer wenn wir stark sind. Das Unendliche ist nicht bankrott. Und wir die wir die unendliche Kraft repräsentieren sollten auch nicht bankrott sein. Wenn wir anderen von Nutzen sein wollen müssen wir die Kraft dazu haben aber um sie zu bekommen müssen wir sie geben wir müssen von Nutzen sein. 21. Je mehr wir geben desto mehr werden wir bekommen. Wir müssen zu einem Kanal werden durch den das Universale die Tätigkeit ausdrücken kann. Das Universale bemüht sich ständig sich selbst auszudrücken um von Nutzen zu sein und es sucht den Kanal durch den es die größte Tätigkeit finden kann wo es das Beste tun kann wo es der Menschheit von größtem Nutzen sein kann. 22. Das Universale kann sich nicht durch sie ausdrücken solange sie mit ihren eigenen Plänen und Absichten beschäftigt sind. Beruhigen sie die Sinne suchen sie Inspiration Konzentrieren konzentrieren sie sich auf die geistigen Aktivitäten der inneren Welt verweilen sie im Bewusstsein ihre Einigkeit mit dem Allmächtigen Stille Wasser sind tief Nutzen sie die zahlreichen Gelegenheiten in denen sie geistigen Zugang durch das Allgegenwärtige der Kraft haben 23 visualisieren sie sich die Ereignisse Verhältnisse und Bedingungen denen diese geistigen Verbindungen beim Manifestieren helfen können begreifen sie die Tatsache dass Wesen und Seele aller Dinge geistig sind und dass das Geistige das Wahre ist weil es das Leben von allem ist was existiert wenn der Geist weg ist ist das Leben weg es ist tot es hat aufgehört zu existieren 24 diese geistige Tätigkeit gehört zu der inneren Welt zu der Welt der Ursachen die Zustände und Verhältnisse die daraus folgen sind die Wirkungen es ist so dass sie zu einem Schöpfer werden das ist wichtige Arbeit und je höher großmütiger großartiger und prächtiger die Ideale die sie sich ausdenken können desto wichtiger wird das Werk sein 25 Arbeitsüberlastung Übertreibung oder die überkörperliche Tätigkeit jeder Art erzeugt Zustände der geistigen Teilnahms und Handlungslosigkeit die es unmöglich machen die wichtigere Arbeit zu erledigen welche auf eine Verwirklichung der bewussten Kraft hinausläuft wir sollten deshalb oft die Stille suchen die Kraft kommt aus Erholung sie liegt in der Stille in der wir ruhig sein können und wenn wir ruhig sind können wir denken und der Gedanke ist das Geheimnis aller Errungenschaft 26 Gedanke ist eine Art der Bewegung und wird nach dem Gesetz der Schwingung demselben wie Licht oder Elektrizität getragen Er gibt durch die Gefühle und das Gesetz der Liebe Lebenskraft Er nimmt Form und Ausdruck nach dem Gesetz des Wachstums an Er ist ein Produkt des geistigen Ich folglich ist er göttlicher geistiger und kreativer Natur 27 Deswegen ist es offensichtlich dass um Kraft Überfluss oder jeden anderen konstruktiven Zweck auszudrücken die Emotionen aufgefordert werden müssen dem Gedanken Gefühl zu geben so dass er Form annehmen wird Wie kann diese Absicht erreicht werden Das ist der Kernpunkt Wie können wir den Glauben den Mut das Gefühl entwickeln welches auf die Ausführung hinaus laufen wird 28 Die Antwort lautet durch die Übung Geistige Kraft wird auf genau dieselbe Art gesichert wie körperliche Kraft durch Training aufgebaut wird Wir denken etwas das erste Mal vielleicht noch mit Schwierigkeit Wir denken dasselbe nochmals und dieses Mal wird es leichter Wir denken es immer wieder und es wird dann zu einer Art geistigen Gewohnheit Wir setzen es fort dasselbe zu denken und schließlich geschieht es automatisch Wir können dem Denken dieser Sache nicht mehr helfen Wir sind jetzt in Harmonie mit dem was wir denken Es gibt kein Zweifel mehr darüber Wir sind davon überzeugt Wir wissen dass es so ist 29 Letzte Woche bat ich dass Sie sich entspannen um körperlich loszulassen In dieser Woche werde ich Sie bitten dass Sie geistig loslassen Wenn Sie die letzte Woche gegebene Übung 15 oder 20 Minuten pro Tag in Übereinstimmung mit den Instruktionen geübt haben können Sie sich zweifellos körperlich entspannen und derjenige der das nicht schnell bewusst tun kann ist noch kein Meister über sich selbst Er hat die Freiheit noch nicht erlangt Er ist immer noch ein Sklave der Zustände Aber ich werde annehmen dass Sie die Übung gemeistert haben und bereit sind den folgenden Schritt zu gehen welcher die geistige Freiheit bedeutet 30 In dieser Woche nach Einnahme Ihrer üblichen Position entfernen Sie die ganze Spannung indem Sie sich völlig entspannen lassen Sie geistig von allen nachteiligen Zuständen wie Hass Wut Sorge Neid Kummer Schwierigkeiten oder Enttäuschung jeder Art los 31 Sie mögen vielleicht sagen dass Sie diese Dinge nicht loslassen können aber Sie können es Sie können es mit geistiger Entscheidung tun mit vorsätzlicher Absicht und Ausdauer 30 Der Grund warum es einige nicht schaffen ist weil diese Menschen sich von den Emotionen leiten lassen und nicht von ihrem Intellekt Aber diejenigen, die ihren Intellekt einsetzen, werden den Sieg davontragen. Sie werden das erste Mal nicht erfolgreich sein, wenn sie es versuchen, aber Übung macht den Meister, darin wie in allen anderen. Und sie müssen es schaffen, um diese negativen und satzstörerischen Gedanken zu beseitigen und völlig zu entfernen. Denn diese Gedanken sind die Samen, welche sich ständig in unangenehme Zustände jeder denkbaren Art und Beschreibung hineinpflanzen. Nichts als die Wahrheit beschreibt die Tatsache, dass die Qualität des Gedankens, die wir in Erwägung ziehen, einer bestimmten Äußerlichkeit in der Außenwelt entspricht. Das ist das Gesetz, vor dem es kein Entfliehen gibt. Und es ist dieses Gesetz, welches dem Ziel des Gedankens entspricht und das seit uralten Zeiten die Leute dazu gebracht hat, an die besondere Vorsehung zu glauben. Wilmens Teil 04 Lernfragen mit Antworten 31. Was ist ein Gedanke? Gedanke ist spirituelle Energie 32. Womit wird er ausgeführt? Mit dem Gesetz der Schwingung 33. Wie gibt er die Lebenskraft? Durch das Gesetz der Liebe 34. Wie nimmt er Gestalt an? Durch das Gesetz des Wachstums 35. Was ist das Geheimnis seiner Kreativität? Es ist ein spiritueller Vorgang 36. Wie können wir Glauben, Mut und Begeisterung entwickeln, die uns in die Vollendung hineinführen? Mit der Erkenntnis unserer spirituellen Natur 37. Was ist das Geheimnis der Kraft? 38. Dienst, Klammer auf, von Nutzen sein, Klammer zu 38. Warum ist es so? Weil wir das bekommen, was wir geben 39. Was ist Ruhe? 40. Körperliche Stille 40. Welchen Wert hat sie? 40. Es ist der erste Schritt zur Selbstkontrolle, das heißt zur Selbstbeherrschung 40. Der fünfte Teil 40. Der Verstand in Aktion 41. Einleitung Teil 5 41. Hiermit bekommen Sie den fünften Teil 41. Nach dem sorgfältigen Studieren dieses Teils 41. Werden Sie sehen, dass jede denkbare Kraft oder Tatsache 42. Sowie jedes Ziel das Ergebnis des Verstandes in der Aktion ist 42. Der Verstand in der Aktion ist Gedanke und Gedanke ist schöpferisch. 42. Menschen denken jetzt, wie sie niemals zuvor gedacht haben. 43. Deshalb ist das ein kreatives Zeitalter 44. Und die Welt widmet den Denken ihrer reichsten Främien. 44. Ein Problem ist kraftlos, passiv und träger. 45. Der Gedanke ist Kraft, Energie und Macht. 45. Ein Gedanke formt sich und kontrolliert das Problem. 46. Jede Form, die das Problem einnimmt, ist nur der Ausdruck von einer vorher existierenden Gedanken. Aber der Gedanke arbeitet nicht mit magischen Umsetzungen. 47. Er gehorcht natürlichen Gesetzen. 48. Er setzt natürliche Kräfte in Bewegung. 48. Er setzt natürliche Energie frei. 49. Er manifestiert sich in ihrem Verhalten und ihren Handlungen. 49. Und diese wirken sich auf ihre Freunde und Bekanntschaften und schließe sich auf ihre ganze Umgebung aus. 49. Sie können Gedanken beherrschen. 50. Und da Gedanken schöpferisch sind, können sie für sich selbst die Dinge schaffen, die sie wünschen. 50. Teil 05. Der Verstand in Aktion. 51. Mindestens 90% unseres geistigen Lebens verlaufen unterbewusst, sodass diejenigen, die scheitern, von dieser geistigen Kraft Gebrauch zu machen, ein sehr begrenztes Leben führen. 02. Das Unterbewusste kann und wird jedes Problem für uns beheben, wenn wir wissen, wie man es leitet. Die unterbewussten Prozesse sind immer in Betrieb. Die einzige Frage lautet, sollen wir schlicht passive für Empfänger dieser Tätigkeit sein oder sollen wir die Arbeit bewusst leiten? 02. Sollen wir eine Vision der Bestimmung, die zu erreichen ist und die Gefahren vermeidet haben oder sollen wir uns einfach nur treiben lassen? 03. Wir haben herausgefunden, dass der Geist jeden Teil des physischen Körpers durchdringt und immer dazu fähig ist, von der Autorität geleitet oder beeindruckt zu werden. 04. Der Körper, der den Körper durchdringt, ist größtenteils die Folge der Vererbung, die wiederum nur das Ergebnis aller Umgebungen und aller vorigen Erziehung und Bildung ist. Das Verstehen dieser Tatsache wird uns ermöglichen, unsere Autorität zu verwenden, wenn wir eine unerwünschte Eigenschaft des Charakters finden. 05. Wir können alle wünschenswerten Eigenschaften bewusst annehmen, mit denen wir ausgestattet worden sind, und wir können die unerwünschten Eigenschaften unterdrücken und zurückweisen. 06. Noch einmal, dieser Geist, der unseren physischen Körper durchdringt, ist nicht nur die Folge erblicher Tendenzen, sondern ist das Ergebnis des häuslichen, der sozialen und geschäftlichen Umgebung, wo tausende von Eindrücken, Ideen, Vorurteilen und ähnlichen Gedanken empfangen worden sind. Vieles davon ist durch andere Menschen empfangen worden, das Ergebnis von Meinungen als Vorschläge oder Behauptungen. Vieles davon ist die Folge unseres eigenen Denkens, aber das meiste ist mit geringer oder gar ohne Überprüfung oder Rücksicht akzeptiert worden. 07. Die Idee schien uns damals plausibel, das Bewusste empfing sie, gab sie dem Unterbewussten weiter, wo sie durch das mitfühlende System aufgenommen wurde und in unseren physischen Körper überging, um dort eingebaut zu werden. Das Wort ist zu Fleisch geworden. 08. Das ist die Art, auf die wir uns ständig kreieren und wieder erschaffen. Wir sind heute das Ergebnis unseres vorigen Denkens und wir werden sein, was wir heute denken. 08. Das Gesetz der Anziehung verschafft uns nicht Dinge, die wir mögen sollen oder Dinge, die wir wünschen oder Dinge, die jemand sonst noch hat, sondern es hilft uns zu unseren eigenen, zu Dingen, die wir durch unsere Gedankenprozesse entweder bewusst oder unbewusst geschaffen haben. Leider schaffen viele von uns diese Dinge unbewusst. 09. Wenn jeder von uns ein Haus für sich selbst baute, wie sorgfältig wäre er hinsichtlich der Pläne? Wie würde er jedes Detail studieren? Wie das Material beobachten und schließlich nur das Beste von allem auswählen? Wie nachlässig sind wir jedoch, wenn es um das Bauen unseres geistigen Hauses geht, was umso behutsamer ist, als jedes wirkliche Haus. Wie alles andere, das vielleicht in unser Leben eintreten kann, hängt hierbei auch alles von der Eigenschaft des Materials ab, welches bei der Errichtung unseres geistigen Hauses verwendet wird. 10. Welche Eigenschaft ist wichtig? Wir haben gesehen, dass es das Ergebnis von den Eindrücken ist, die wir in der Vergangenheit angesammelt und in unserer unterbewussten Mentalität gespeichert haben. Wenn diese Eindrücke von Angst, Sorge und Kummer geprägt waren, wenn sie mutlos, negativ und zweifelnd waren, dann wird die Materialtextur, welche wir heute flechten, aus demselben negativen Material bestehen. Anstatt von irgendeiner Wichtigkeit zu sein, wird sie brandig und verdorben sein und uns nur noch mehr Mühe, Sorge und Angst bereiten. Wir werden für immer damit beschäftigt sein, sie zu flicken und wenigstens vornehmen erscheinen zu lassen. 11. Aber wenn wir nichts anderes als mutige Gedanken gespeichert haben, wenn wir optimistisch und positiv waren und jegliche Art des negativen Gedankens sofort verworfen haben, wir uns stets weigerten, irgendetwas damit zu tun zu haben, damit zu verkehren, bleibt die Frage nach dem Ergebnis. Unser geistiges Material ist in diesem Fall bestens. Wir können jede von uns gewollte Art des Materials flechten. Wir können jede gewünschte Farbe verwenden. Wir wissen, dass die Textur stabil, das Material massiv ist, dass es nicht verfärben wird. Daher haben wir keine Angst vor der Zukunft. Wir sorgen uns nicht. Es gibt nichts zu bedecken. Es gibt keine Flecken zu vertuschen, die man verbergen will. 12. Dieses sind psychologische Tatsachen. Es gibt weder eine Theorie oder Spekulation über diese Gedankenprozesse, noch gibt es Geheimnis über sie. Tatsächlich sind sie so einfach, dass jeder sie verstehen kann. Wichtig ist, einen geistigen Haus putzt zu haben, täglich, und das Haus so sauber zu halten. Geistige, moralische und körperliche Reinheit ist absolut unentbehrlich. Wenn wir Fortschritte jeglicher Art erleben wollen. Wenn dieser geistige Hausputzprozess vollendet ist, wird das übrig gebliebene Material für die Bildung von Idealen oder geistigen Ideen, die wir zu realisieren wünschen, brauchbar. 14. Es gibt ein feines Besitztum für den, der es bestrebt. Sein breiter Acker mit reichlichen Ernten, fließendem Wasser und feinem Bauholz streckt sich aus, soweit das Auge reicht. Es gibt eine Villa, geräumig und hell, mit seltenen Bildern, einer gut bestückten Bibliothek, breiten Tapeten, jeder Bequemlichkeit und höchstem Luxus. 15. Das ganze Erbe muss sich seiner Erbschaft behaupten und das Eigentum in Besitz nehmen. Es muss angenommen werden und darf nicht verfallen gelassen werden. Es ist, es zu vernachlässigen, hieße Besitz zu verlieren. 15. Im Bereich des Verstandes, des Geistes und der praktischen Kraft ist solch ein Besitztum ihrer. Sie sind der Erbe. Sie können ihre Erbschaft behaupten und besitzen und dieses reiche Erbe annehmen und verwenden. Die Macht über die Umstände ist eine der Früchte. Gesundheit, Harmonie und Wohlstand sind das Vermögen dieses Erbes. Es bietet ihnen Gelassenheit und Frieden an. Es kostet sie nur die Arbeit des Studierens und des Erntens. Es fordert keine Opfer, außer den Verlust ihrer Beschränkungen, ihrer Knechtschaft und ihrer Schwäche. Es kleidet sie mit der Selbstehre und legt ein Zepter in ihre Hände. 16. Um diesen Besitztum zu gewinnen, ist ein Prozess in drei Schritten notwendig. Erstens, sie müssen es aufrichtig wünschen. Zweitens, sie müssen ihren Anspruch behaupten. Drittens, sie müssen ihr Eigentum in Besitz nehmen. Sie geben zu, dass dies keine lästigen Bedingungen sind. 17. Sie sind mit dem Thema der Vererbung vertraut. Darwin, Huxley, Hegel und andere physische Wissenschaftler haben unzählige Beweise vorgelegt, dass Vererbung ein Gesetz ist, das von einer progressiven Entwicklung begleitet wird. Es ist diese progressive Vererbung, die den Menschen ihre aufrechte Stellung, die Bewegungskraft, Verdauungsorgane, Blutkreislauf, Nerven sowie Muskelkraft, Knochenstruktur und andere körperliche Eigenschaften verleiht. Es gibt noch eindrucksvollere Tatsachen bezüglich der Vererbung, der Verstandeskraft. Alle diese Tatsachen zusammen bilden das, was menschliche Vererbung genannt wird. 18. Aber es gibt eine Vererbung, die die physischen Wissenschaftler nicht erreicht haben. Sie liegt außerhalb aller ihrer Forderungen. Äh, Moment, all ihrer Forschungen. An diesem Punkt angekommen, verzweifeln sie und sagen, dass sie nicht beschreiben können. Was sie sehen, eine Gottesvererbung der vollkommenen Macht. 19. Es handelt sich um die gütige Kraft, die über eine ursprüngliche Entwicklung verfügt. Sie läuft durch das Göttliche und gelangt direkt in jedes geschaffene Wesen. Sie bringt Leben hervor, welches der physische Wissenschaftler nicht gebracht hat und niemals können wird. Sie erscheint unter allen Kräften höchst unzugänglich. 20. Keine menschliche Vererbung kann sich ihr nähern. Keine menschliche Vererbung ist ihr gleichgestellt. 20. Dieses unendliche Leben fließt durch sie. Das sind sie, dessen Türen sind nur die Fähigkeiten, die ihr Bewusstsein umfassen. Diese Türen offen zu halten, ist das Geheimnis der Kraft. Ist es nicht der Mühe wert, sich anzustrengen? 21. Die große Wahrheit ist, dass die Quelle des ganzen Lebens und der ganzen Kraft in der inneren Welt liegt. Personen, Umstände und Ereignisse können Bedürfnisse und Gelegenheiten ergeben. Aber um die Bedürfnisse der Scharfsinnigkeit, Kraft und Macht zu wecken, muss man in der inneren Welt suchen. 22. Vermeiden Sie Fälschungen. Legen Sie für Ihr Bewusstsein der Kräfte feste Fundamente. Diese Kräfte fließen direkt von der unendlichen Quelle, dem universalen Geist, dem Sie Ebenbild und Gleichheit sind. 23. Diejenigen, die in Besitz dieses Erbes geraten, sind nie mehr wieder ganz dieselben. Sie sind nun im Besitz einer Sinneskraft, von der Sie bisher nicht einmal geträumt haben. Nie wieder können Sie forschsam, schwach, schwankend oder ängstlich sein. Sie sind mit den Allmächtigen unauslöschlich verbunden. Etwas in Ihnen ist aufgeweckt worden. Sie haben plötzlich entdeckt, dass Sie eine enorme, gewaltige Fähigkeit besitzen, deren Sie sich bisher nicht bewusst waren. 24. Diese Kraft ist aus der inneren Welt, aber wir können sie nicht erhalten, es sei denn, wir nutzen sie. Gebrauch ist die Bedingung, dieses Erbe zu bekommen. Jeder von uns ist ein Kanal, durch den die allmächtige Kraft in die Form umgewandelt wird. Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem wir die Kraft geben, bleibt der Kanal geschlossen und so lange können wir die Kraft nicht empfangen. Das ist auf jeder Ebene der Existenz und in jedem Feld der Bemühungen und allen Etappen des Lebens wahr. Je mehr wir geben, desto mehr bekommen wir. Der Athlet, der stark werden mag, muss von der Kraft, die er hat, Gebrauch machen. Und je mehr er gibt, desto mehr wird er bekommen. Der Finanzmann, der zu Geld kommen will, muss vom Geld, das er hat, Gebrauch machen. Und nur deshalb, weil er es verwendet, kann er mehr bekommen. 25. Der Großhändler, der seine Waren nicht verkauft, wird bald kein Einkommen haben. Eine Firma, die scheitert, effiziente Dienstleistungen zu bieten, wird bald an Kundenmangel leiden. Der Rechtsanwalt, der scheitert, Ergebnisse zu bekommen, wird bald an Kundenmangel leiden. Und so ist es überall. Kraft ist von ihrem richtigen Gebrauch, die wir bereits besitzen, abhängig. Was in jedem Bereich der Bemühungen, in jeder Lebenserfahrung wahr ist. Trifft auf die Kraft zu, von der jede andere unter Menschen bekannte Kraft erzeugt wird. Die geistige Kraft. Wenn sie den Geist wegnehmen, was bleibt dann übrig? Nichts. 26. Wenn denn der Geist alles ist, was es gibt, muss die Anerkennung dieser Tatsache auf der Fähigkeit beruhen, die ganze Kraft, ob körperlich, mental oder geistig, zu demonstrieren. 27. Der ganze Besitz ist das Ergebnis der Einstellung des Geistes oder des Geldbewusstseins. Das ist der Zauberstab, der ihnen ermöglichen wird, die Idee zu empfangen und für sie die Pläne zu formulieren. Sie werden viel Vergnügen in der Ausführung, wie bei der Realisierung und der Errungenschaft, selbst finden. 28. Gehen Sie jetzt in Ihr Zimmer, nehmen Sie denselben Platz ein, dieselbe Position, wie immer, und wählen Sie im Geiste einen Ort aus, der eine angenehme Umgebung hat. Machen Sie sich ein vollständiges, geistiges Bild von diesem Ort. Sehen Sie die Gebäude, den Boden, die Bäume, die Freunde, die Kollegen. Zuerst werden Sie sich und alles unter der Sonne finden, außer dem Ideal, auf das Sie sich zu konzentrieren wünschen. Aber lassen Sie sich nicht entmutigen. Beharrlichkeit wird siegen. Aber Beharrlichkeit erfordert, dass Sie diese Übung jeden Tag machen, ohne zu scheitern. Teil 05 Lernfragen mit Antworten 41. Wie viel Prozent unseres geistigen Lebens sind unterbewusst? Mindestens 90%. 42. Wird dieser riesengroße geistige Platz allgemein genutzt? Nein. 43. Warum nicht? Wenige verstehen oder schätzen die Tatsache, dass es um eine Tätigkeit geht, die sie bewusst leiten können. 44. Wo hat der bewusste Geist seine leitenden Neigung erhalten? Von der Vererbung, was bedeutet, dass es das Ergebnis der vergangenen Erziehung und Bildung ist? 45. Was bringt uns das Gesetz der Anziehung? Unser eigenes, das, was wir denken. 46. Was ist unser eigenes, was wir von Natur aus sind, sowie das Ergebnis unseres vorigen Denkens, sowohl bewusst als auch unbewusst? 47. Was ist das Material, mit dem wir unser geistiges, zusammengesetztes Haus bauen? Die Gedanken, die wir in Erwägung ziehen. 48. Was ist das Geheimnis der Kraft? Eine Anerkennung der Allgegenwart des Allmächtigen. 49. Wo entsteht diese Kraft? Alles Leben und die ganze Kraft entspringen der inneren Welt. 50. Wovon ist der Besitz der Kraft abhängig? Von einem richtigen Gebrauch der Kraft, die bereits in unserem Besitz ist. Der sechste Teil, die Kraft der Aufmerksamkeit. Einleitung Teil 06 Es ist mir eine Ehre, Ihnen den sechsten Teil zu übergeben. Dieser Teil wird Ihnen ein ausgezeichnetes Verständnis von dem wunderbarsten Teil eines Mechanismus geben, welcher jemals geschaffen wurde. Ein Mechanismus, durch den Sie für sich selbst Gesundheit, Kraft, Erfolg, Wohlstand oder jeden anderen Zustand, den Sie wünschen, schaffen können. Notwendigkeiten sind Anforderungen und Anforderungen schaffen Handlungen. Handlungen verursachen Ergebnisse. Der Prozess der Evolution baut ständig unser Morgen aus, unserem Heute. Individuelle Entwicklung sowie universelle Entwicklung müssen mit einer ständigen Kapazität und stufenartigen Volumen steigen. Das Wissen, dass wenn wir die Rechte anderer verstoßen, wir zu moralischen Dornen werden und uns andauernd auf dem Weg verwickeln, sollte bedeuten, dass Erfolg von dem höchsten moralischen Ideal abhängig ist. Das größte Wohlergehen für die meisten. Ständiger und beharrlich aufrechterhaltender Ehrgeiz, der Wunsch und harmonische Beziehung werden Ergebnisse vollbringen. Die größten Hindernisse sind falsche, verankerte Ideen. Um in der Melodie mit der ewigen Wahrheit zu sein, müssen wir Gelassenheit und Harmonie in der inneren Welt besitzen. Um Intelligenz zu empfangen, muss der Empfänger in der Harmonie mit dem Sender sein. Gedanke ist ein Produkt des Geistes. Geist ist kreativ, aber das bedeutet nicht, dass das Universale seine Vorgehensweise ändern wird, um sich uns oder unseren Ideen anzupassen. Stattdessen bedeutet es, dass wir in eine harmonische Beziehung mit den Universalen eintreten können. Wenn wir das erreicht haben, können wir um irgendetwas bitten, zu dem wir berechtigt sind und der Weg wird uns klar zugewiesen werden. Teil 06 Die Kraft der Aufmerksamkeit 01 Der universelle Geist ist so herrlich, dass es schwerfällt, seine nützlichen Kräfte und Möglichkeiten sowie seine unbegrenzten produzierten Wirkungen zu verstehen. 02 Wir haben herausgefunden, dass dieser Geist nicht nur alle Intelligenz, sondern auch alle Substanz ist. Wie soll er dann in der Form unterschieden werden? Wie sollen wir die Wirkung sichern, die wir wünschen? 03 Fragen Sie irgendeinen Elektriker, welche Wirkung die Elektrizität erzeugen wird und er wird antworten, dass Elektrizität eine Form der Bewegung sei und ihre Wirkung von dem Mechanismus abhinge, welchen sie angeschlossen sei. Von diesem Mechanismus wird es abhängen, ob wir Hitze, Licht, Kraft, Musik oder einige der anderen erstaunlichen Demonstrationen der Kraft haben werden, an die diese Lebensenergie angeschlossen worden ist. 04 Welche Wirkung kann durch den Gedanken erzeugt werden? Die Antwort ist, der Gedanke ist Geist in der Bewegung. Klammer auf, genau wie es der Wind ist, der als Luft in der Bewegung ist. Klammer zu. Und seine Wirkung hängt völlig vom Mechanismus, an dem er angeschlossen ist, ab. 05 Hier ist also das Geheimnis der ganzen geistigen Kraft. Sie hängt völlig vom Mechanismus ab, an den wir sie anschließen. 06 Was ist dieser Mechanismus? Sie wissen etwas über den Mechanismus, welcher von Edison, Bell, Marsoni und anderen elektrischen Zauberern erfunden wurde. Aber haben Sie jemals daran gedacht, dass der Mechanismus, der Ihnen gegeben worden ist, um die universelle, allgegenwärtige, potenzielle Kraft schöpferisch zu gebrauchen, von einem größeren Erfinder als Edison erfunden wurde? 07 Gewöhnt sind wir an das Überprüfen des Mechanismus der Werkzeuge, die wir für das Erbauen des Bodens verwenden und wir versuchen auch den Mechanismus des Automobils, welches wir fahren, zu verstehen. Aber die meisten von uns sind damit zufrieden, in der absoluten Unkenntnis über den größten Teil des Mechanismus zu verharren, welcher schon immer da war, das Gehirn des Menschen. 08 Lassen Sie uns die Wunder dieses Mechanismus untersuchen. Vielleicht werden wir ein besseres Verständnis der verschiedenen Wirkungen, von denen es die Ursache ist, erhalten. 09 An erster Stelle gibt es die große geistige Welt, in der wir leben, uns bewegen und unser Dasein haben. Diese Welt ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Sie wird auf unseren Wunsch hin im direkten Verhältnis zu unserer Absicht und unseren Glauben antworten. Die Absicht muss in Übereinstimmung mit dem Gesetz unseres Wesens sein, das heißt kreativ oder konstruktiv. Unser Glaube muss stark genug sein, um eine ausreichende Strömung der Kraft zu erzeugen, um unsere Absicht zu manifestieren. 10 Die Wirkungen, die in der äußeren Welt erzeugt werden, sind das Ergebnis der Aktion und Reaktion der Person auf das Universale. Das ist der Prozess, den wir das Denken nennen. Das Gehirn ist das Organ, durch welches dieser Prozess vollzogen wird. Denken Sie an das Wunder von all dem. Lieben Sie Musik, Blumen, Literatur oder werden Sie durch den Gedanken an ein modernes Genie inspiriert? Merken Sie sich, jede Schönheit, auf die Sie reagieren, muss zunächst einen entsprechenden Umriss in Ihrem Gehirn haben, wovor Sie sie schätzen können. 11 Es gibt keine einzige Wirkung und keinen Grundsatz in der Natur, den das Gehirn nicht ausdrücken könnte. Das Gehirn verkörpert eine noch nicht ausgereifte Welt, bereit, sich jederzeit zu entwickeln. Wenn Sie das begreifen können, so erkennen Sie, dass es eine wissenschaftliche Wahrheit und eines der wunderbarsten Naturgesetze ist. Es wird für Sie leichter sein, das Verstehen des Mechanismus, durch den diese außergewöhnlichen Ergebnisse erreicht werden, zu begreifen. 12 Das Nervensystem ist mit einem elektrischen Stromkreis und dessen Batterien, in denen Energie hervorgebracht wird, als Zellen verglichen worden. Diese Energie fließt durch die isolierten Leitungen, die die Strömung der Kraft befördern. Durch diese Kanäle wird jeder Impuls oder Wunsch des Mechanismus durchgeführt. 13 Das Rückenmark ist der große Motor und Sinnespfad, durch den Daten zum Gehirn und von ihm weg befördert werden. Daneben gibt es den Blutkreislauf, der die Adern und Arterien durchläuft und aufgrund einer perfekten Struktur die Energie und Kraft stetig erneuert. So ruht sich der komplexe physische Körper aus. Die feine und schöne Haut, die den komplexen Mechanismus kleidet, ist ein Mandel der Schönheit. 14 Das ist dann der Tempel des lebendigen Gottes und dem Individuum. Ich wird die Kontrolle gegeben. Von dem Verständnis des Mechanismus, welcher der inneren Welt seiner Kontrolle obliegt, werden die Ergebnisse abhängen. 15 Die Gehirnzellen setzen jeden Gedanken in eine Handlung um. Zuerst scheitert die Substanz, auf die der Gedanke gelenkt wird. Daran zu antworten, aber wenn der Gedanke geläutert wird und sich auf das Wesentliche konzentriert, gibt die Substanz schließlich nach und drückt sich dementsprechend vollkommen aus. 16 Dieser Einfluss des Geistes kann auf jeden Teil des Körpers, der die Beseitigung jeder unerwünschten Wirkung herbeiführt, angewandt werden. 17 Eine vollkommene Vorstellung und das Verständnis der Gesetze, die in der geistigen Welt regieren, sind von bedeutender Wichtigkeit für den Handlungsablauf, da er die Kraft des Scharfsinns entwickelt und ein klares Verstehen und die Anerkennung von Tatsachen ermöglicht. 18 Der Mensch, der in die innere Welt statt in die äußere Welt schaut, kann nicht anders, als von den mächtigen Kräften Gebrauch zu machen, die schließlich seinen Kurs im Leben bestimmen und ihn so in Bewegung mit allem, was am besten, am stärksten und am wünschenswertesten ist, bringen. 19 Aufmerksamkeit oder Konzentration sind wahrscheinlich das Wichtigste und Erforderlichste in der Entwicklung der Meinungskultur. Die Möglichkeiten der Aufmerksamkeit sind, wenn diese richtig geleitet werden, so erschreckend, dass sie für den Unwissenden kaum glaubwürdig erscheinen würden. Die Kultivierung der Aufmerksamkeit ist die charakteristische Eigenschaft jedes erfolgreichen Menschen. Sie ist die höchste persönliche Bewältigung, die erreicht werden kann. 20 Die Kraft der Aufmerksamkeit kann besser verstanden werden, wenn man sie mit einem Vergrößerungsglas, in dem die Strahlen des Sonnenlichts gebündelt werden, vergleicht. Diese Strahlen besitzen keine besondere Kraft, solange das Glas umherbewegt wird und sie von einer Stelle zur anderen leitet. Aber hält man das Glas vollkommen still und lässt man die Strahlen auf einen Punkt für eine gewisse Zeitdauer gerichtet, wird die Wirkung sofort ersichtlich. 21 So ist es mit der Kraft der Gedanken. Wenn sie diese zerstreuen und ihr Gedanken von einem Ziel zum anderen lenken, wird kein Ergebnis sichtbar sein. Aber wenn sie diese Kraft durch die Aufmerksamkeit oder Konzentration auf jede einzelne Absicht für eine Zeitlang einstellen, wird nichts unmöglich sein. 22 Ein sehr einfaches Heilmittel gegen eine sehr komplizierte Situation werden einige sagen. Versuchen Sie es. Sie, die keine Erfahrung im Konzentrieren der Gedanken auf eine bestimmte Absicht oder ein bestimmtes Ziel gehabt haben, wählen Sie jedes beliebige Ziel und konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit zu einem eindeutigen Zweck für nur 10 Minuten darauf. Sie können es nicht tun. Der Geist wird ein Dutzend Mal herumwandern und es wird notwendig sein, ihn in die ursprüngliche Form zurückzubringen. Jedes Mal wird der Effekt verloren und am Ende der 10 Minuten nichts gewonnen sein, weil Sie nicht imstande gewesen sind, Ihren Gedanken fest auf Ihre Absicht gerichtet zu halten. 23 Wie auch immer, durch die Aufmerksamkeit, mit der Sie schließlich imstande sein werden, Hindernisse jeder Art zu überwinden, die auf Ihrem Weg vor Ihnen liegen und durch die Praxis, die die einzige Art ist, diese wunderbare Kraft zu erwerben, wird es wie in jedem anderen Bereich sein. Übung macht den Meister. 24 Um die Kraft der Aufmerksamkeit zu gewinnen, bringen Sie ein Foto von sich mit, zu dem selben Platz, in dem selben Zimmer, in der selben Position wie immer. Untersuchen Sie Ihr Foto mindestens zehn Minuten lang, gut. Achten Sie auf den Ausdruck der Augen, die Form der Eigenschaften, der Kleidung, die Art, wie das Haar geordnet ist. Nehmen Sie tatsächlich jedes Detail, welches auf der Fotografie zu sehen ist, für zehn Minuten zur Kenntnis. Bedecken Sie dann das Bild, schließen Sie die Augen und versuchen Sie es geistig vor sich zu sehen. Wenn Sie jedes Detail vollkommen sehen können und ein gutes geistiges Bild der Fotografie nachbilden können, kann Ihnen gratuliert werden. Wenn es Ihnen nicht gelingt, wiederholen Sie den Prozess, bis Sie es können. 25 Dieser Schritt dient nur dem Zweck, den Grundboden vorzubereiten. Nächste Woche Zeit sein, den Samen zu säen. 26 Durch solche Übungen werden Sie schließlich dazu im Stande sein, Ihre geistigen Launen, Ihre Einstellung und Ihr Bewusstsein zu kontrollieren. 27 Große Finanzmänner lernen, sich von der Menge immer mehr abzuheben, so dass sie sich mehr Zeit für die Planung, das Denken und Erzeugen der richtigen geistigen Stimmung nehmen. 28 Erfolgreiche Unternehmer demonstrieren ständig die Gegebenheit, dass es sich auszahlt, gedanklich mit anderen erfolgreichen Unternehmen im Kontakt zu bleiben. 29 Eine einzelne Idee kann Millionen wert sein und solche Ideen können nur diejenigen erreichen, die für sie empfänglich und bereit sind und die auch über eine erfolgreiche seelische Verfassung verfügen. 30 Menschen lernen sich in der Harmonie mit dem universalen Geist zu bewegen. Sie stoßen auf die Einheit aller Dinge, sie lernen die grundlegenden Methoden und Fundamente des Denkens, wodurch sich Zustände ändern und Ergebnisse multipliziert werden. 31 Sie erkennen, dass Verhältnisse und Umgebungen dem geistigen und spirituellen Fortschritt folgen. Sie stellen fest, dass Wachstum dem Wissen folgt. Handlung folgt der Inspiration. Gelegenheit erst der Wahrnehmung, zuerst kommt immer das Geistige, dann die Transformation in die unendlichen und unbegrenzten Möglichkeiten der Errungenschaft. 32 Da aber das Individuum der Kanal des universalen Geistes ist, sind diese Möglichkeiten zwangsläufig und erschöpflich. 33 Der Gedanke ist der Prozess, durch den wir den Geist der Kraft auffangen und das Ergebnis in unserem inneren Bewusstsein halten können, bis es ein Teil unseres gewöhnlichen Bewusstseins wird. Die Methode, dieses Ergebnis durch die beharrliche Praxis von einigen wesentlichen Grundsätzen zu erreichen, ist der Hauptschlüssel, der die Lagerhalle der universalen Wahrheit aufschließt. 34 Die zwei großen Quellen des menschlichen Leidens sind zurzeit körperliche Krankheit und geistige Angst. Das kann bis zu einem Verstoß gegen ein natürliches Gesetz zurückverfolgt werden. Denn zweifellos besteht die Tatsache, dass bis jetzt das Wissen größtenteils unvollständig blieb. Die Wolken der Finsternis aber, die sich über viele Jahre hinweg verdichtet haben, beginnen fortzugehen, mit ihnen jedoch ebenso viel Elend, welches unvollständige Information in sich trägt. Teil 06 Lernfragen mit Antworten 51 Welche sind einige der Wirkungen, die durch die Elektrizität erzeugt werden können? Hitze, Licht, Energie und Musik. 52 Wovon hängen diese verschiedenen Wirkungen ab? Von dem Mechanismus, dem die Elektrizität angeschlossen ist. 53 Welches ist das Ergebnis der Handlung und Beeinflussung des individuellen Geistes auf das Universale? Die Bedingungen und Erfahrungen auf die wir stoßen und die wir erleben. 54 Wie können diese Bedingungen geändert werden? Durch eine Mechanismus Änderung, durch die das Universale in der Form unterschieden wird. Was ist dieser Mechanismus? Das Gehirn. 56 Wie kann er geändert werden? Durch den Prozess, den wir das Denken nennen. Gedanken erzeugen Gehirnzellen und diese Zellen antworten auf den entsprechenden Gedanken im Universalen. 57 Welchen Wert hat die Kraft der Konzentration? Sie ist die höchste persönliche Bewältigung, die charakteristische Eigenschaft eines jeden erfolgreichen Menschen, die erreicht werden kann. 58 Wie kann sie erreicht werden? Durch ständiges Üben dieses Systems. 59 Warum ist das so wichtig? Weil es uns ermöglichen wird, unsere Gedanken zu kontrollieren und da Gedanken Ursache sind, müssen Bedingungen Wirkung sein. Wenn wir die Ursache kontrollieren können, können wir auch die Wirkung kontrollieren. 60 Wer oder was verändert die Zustände und multipliziert die Ergebnisse in der objektiven Welt? Menschen, die die grundlegenden Methoden des konstruktiven Denkens lernen. Der siebente Teil Das Visualisieren Einleitung Teil 07 Alle Jahre hindurch hat der Mensch an eine unsichtbare Kraft geklaut, durch die und von der alle Dinge geschaffen worden sind und ständig wieder erschaffen werden. Wir können diese Kraft personifizieren und sie Gott nennen oder wir können darüber als die Essenz oder den Geist denken, der alle Dinge durchdringt, aber in jedem Fall ist die Beschreibung dieselbe. Soweit sich das Individuum mit den Objektiven, dem Physischen und dem Sichtbaren beschäftigt, ist es das Persönliche, welches durch die Sinne erkannt werden kann. Es besteht aus Körper, Gehirn und Nerven. Das Subjektive ist das Geistige, das Unsichtbare, das Unpersönliche. Das Persönliche ist bewusst, weil es ein persönliches Dasein hat. Das Unpersönliche ist von derselben Art und Qualität wie alles andere Dasein. Es ist sich selbst nicht bewusst und daher das Unbewusste genannt worden. Das Persönliche oder das Bewusstsein verfügt über die Kraft des Willens und der Entscheidung und kann sich deshalb ein Urteilsvermögen über die Auswahl der Methoden verschaffen, welche zur Lösung der Probleme beitragen. Das Unpersönliche oder das Unterbewusste kann als ein Teil oder eins mit der Quelle und Ursprung der ganzen Kraft keine solche Wahl treffen, aber im Gegensatz dazu stehen unendliche Ressourcen unter seiner Kontrolle. Das Unterbewusste kann Ergebnisse erzielen und tut dies tatsächlich. Ergebnisse, für die der menschliche oder individuelle Geist keine plausible Vorstellung hat. Sie werden deshalb sehen, dass es von Vorteil ist, vom menschlichen Willen abzuhängen. Sie können die Potenziale der Unendlichkeit verwerten, indem sie von dem unterbewussten Geist Gebrauch machen. Hier liegt die wissenschaftliche Erklärung der herrlichen Kraft, die in ihren Kontrollbereich hineingelegt worden ist. Aber nur dann, wenn sie sie verstehen, schätzen und anerkennen. Die Methode, bewusst diese allmächtige Kraft zu verwerten, wird in Teil 7 vorgestellt. Teil 07 Das Visualisieren 01 Visualisierung ist der Prozess, geistige Bilder zu produzieren und das Bild ist dabei die Form oder das Modell, welches als Muster dient und aus dem ihre Zukunft hervortreten wird. 02 Fertigen Sie das Muster klar und fertigen Sie es wunderschön. Haben Sie keine Angst. Machen Sie es großartig. Erinnern Sie sich, dass eine Beschränkung nicht durch irgendjemanden, sondern nur durch Sie selbst gegeben werden kann. Ihnen können keine Grenzen gesetzt werden. Es sei denn, Sie setzen sich diese selbst. Zeichnen Sie nach Ihren Bedarf aus der Unendlichkeit, bauen Sie das Bild in Ihre Einbildung auf. Es wird dort sein müssen, bevor es jemals irgendwo anders erscheinen wird. 03 Kreieren Sie das Bild klar und verständlich. Halten Sie es im Geist fest. Und so werden Sie Ihr Ideal allmählich und stetig näher zu sich ziehen. Sie können das sein, was Sie sein möchten. 04 Das ist eine andere psychologische Tatsache, die zwar sehr bekannt ist, aber leider keine wünschenswerten Resultate hervorbringt, wenn man nur über sie liest. Es wird Ihnen nicht einmal helfen, das geistige Bild zu formen, viel weniger noch, es in die Manifestation zu bringen. Die Anwendung ist notwendig. Anstrengung, harte geistige Arbeit, eine solche Art der Anstrengung sind nur wenige Menschen bereit zu erbringen. 05 Der erste Schritt ist die Idealisierung. Das ist zudem der wichtigste Schritt, weil sie den Plan enthält, auf dem sie dabei sind, aufzubauen. Und dieser Plan muss massiv sein. Es muss dauerhaft sein. Wenn der Architekt ein 30-stöckiges Gebäude plant, wird er jede Reihe und jedes Detail im Voraus darstellen. Wenn der Ingenieur den Grundboden abmisst, stellt er zuerst die Festigkeit, die von einer Million verschiedenen Sachen abhängt, fest. 06 Die Architekten sehen das Ergebnis, bevor ein einziger Schritt getan wird. So sollten sie sich das in ihrem Geist vorstellen. Was sie wollen. Sie säen den Samen, aber vor dem Aussehen jedes Samens sollten sie bereits wissen, wie die Ernte aussehen wird. Das ist Idealisierung. Wenn sie sich nicht sicher sind, kehren sie täglich zu ihren Platz zurück, bis das Bild klar wird. Es wird sich allmählich entfalten. Zuerst wird der allgemeine Plan undeutlich sein, aber er wird Gestalt annehmen. Der Umriss wird zunächst Form, dann die Details annehmen. Sie selbst werden allmählich die Kraft entwickeln, die es ihnen ermöglicht, die Pläne zu entwerfen, die sie schließlich in der objektiven Welt verwirklichen werden. Sie werden zu der Erkenntnis kommen, was die Zukunft für sie bereithält. 07 Dann kommt der Prozess der Visualisierung. Sie müssen zunehmend das vollendete Bild sehen, aber ebenso auf das Detail achten. Die Details beginnen, Weg und Mittel zu entfalten, um das fertige Bild in die Manifestation zu bringen. Eines wird zum anderen führen. Der Gedanke wird zur Handlung führen, die Handlung wird Maßnahmen entwickeln, die Maßnahmen werden Freunde hervorbringen und Freunde werden bestimmte Verhältnisse freisetzen. Letztendlich wird der dritte Schritt, das heißt die Materialisierung vollbracht sein. 08 Wir alle wissen, dass das Universum in eine Form gedacht worden sein muss. Bevor daraus jemals eine materielle Tatsache geworden sein kann. Wenn wir willig sind, den Linien des großen Architekten des Universums entlang zu folgen, finden wir unsere Gedanken, die genau wie das Universum eine konkrete Form annehmen. Es ist derselbe Geist, der in dem Individuum funktioniert. Es gibt keinen Unterschied in Art oder Qualität. Der einzige Unterschied besteht im Ausmaß. 09 Der Architekt visualisiert sich sein Gebäude. Er sieht es so, wie es nach seinem Willen werden wird. Sein Gedanke wird zu einer plastischen Form, aus der das Gebäude, ein hohes oder ein niedriges, ein schönes oder ein einfaches, schließlich erscheinen wird. Die Vision des Architekten nimmt auf dem Papier Gestalt an. Das notwendige Material wird verwertet und das Gebäude ist fertig. 10 Ein Erfinder visualisiert sich seine Idee auf genau dieselbe Art und Weise. Zum Beispiel Nikola Tesla, einer der größten Erfinder aller Zeiten, der einen immensen Intellekt besaß. Der Mann, der immer die erstaunlichsten Gegebenheiten hervorgebracht hat, visualisierte seine Erfindung unter dem Versuch, diese auszuarbeiten. Er beeilte sich nicht, sie in die Form zu bringen und verbrachte stattdessen seine Zeit mit der Fehlerkorrektur. Nachdem er die Idee zuerst in seiner Einbildungskraft aufgebaut hatte, hielt er sie dort als geistiges Bild fest, um dies durch seine Gedanken wieder aufzubauen und zu verbessern. Auf diese Weise schreibt er im Electrical Experimenta wird es mir ermöglicht, meine Vorstellung schnell und vollkommen zu entwickeln, ohne irgendetwas zu berühren. Wenn ich so weit gekommen bin, für die Erfindung jede mögliche Verbesserung aufzunehmen, an die ich denken kann und nirgendwo Fehler sehe, setze ich das Produkt meines Gehirns in eine feste Gestalt um. Unveränderlich arbeite ich daran, es so zu gestalten, wie ich es empfing, wie es sein sollte. In 20 Jahren hat es keine einzige Ausnahme gegeben. 11 Wenn Sie diese Richtungen gewissenhaft folgen können, werden Sie Glauben entwickeln, nämlich die Art von Glauben, der die Substanz und Dingen, auf die man gehofft hat und für die man keine Beweise mehr gesehen hat, darstellt. Sie werden Vertrauen entwickeln, das zu Ausdauer und zum Mut führt. Sie werden die Kraft der Konzentration aufbauen, die ihn ermöglichen wird, alle Gedanken zu gebrauchen, die sich mit ihrem Zweck vereinigen lassen. 12 Das Gesetz ist, dass der Gedanke in Form gebracht wird, aber nur der, der weiß, wie man der Gottesdenker seine eigenen Gedanken ist, kann jemals den Platz eines Masters einnehmen und mit Autorität sprechen. 13 Klarheit und Genauigkeit werden nur durch wiederholtes Visualisieren des Bildes im Geiste gewonnen. Jede wiederholte Visualisierung zeichnet das Bild klarer und genauer als das vorherige Bild. Dabei wird die äußere Manifestation im selben Verhältnis zur Klarheit und Genauigkeit des Bildes stehen. Sie müssen es fest und sicher in ihrer geistigen Welt, der inneren Welt einbauen, bevor es in der äußeren Welt Gestalt annehmen kann. Sie können nichts von Wert aufbauen, auch in der geistigen Welt nicht, solange sie dazu keine richtigen Materialien haben. Wenn sie das Material haben, können sie alles bauen, was sie wünschen, aber seien sie von ihrem Material überzeugt. Sie können keinen Feinwollstoff aus schäbigen Material herstellen. 14 Dieses Material wird von Millionen ruhigen geistigen Arbeitern bereitgestellt und der Form des Bildes angepasst, da sie sich so vor immer wieder visualisiert haben. 15 Denken sie daran, sie haben mehr als 5 Millionen dieser geistigen Arbeiter, welche bereit und im aktiven Gebrauch sind. Sie werden Gehirnzellen genannt, außerdem gibt es eine vorrätige Kraft von mindestens der gleichen Anzahl dazu, bereit zur Handlung und für das kleinste Bedürfnis gerufen zu werden. Ihre Kraft zu denken ist fast unbegrenzt. Das wiederum bedeutet, dass ihre Kraft die notwendige Art an Material für den Bau einer jeden Art der gewünschten Umgebung zu beschaffen praktisch unbegrenzt ist. 16 Zusätzlich zu diesen Millionen geistigen Arbeitern im Gehirn haben sie noch Milliarden im Körper von denen jeder mit ausreichender Intelligenz ausgestattet ist, fähig nach jeder Anleitung oder nach jedem gemachten Vorschlag zu handeln. Diese Zellen sind alle damit beschäftigt, den Körper zu kreieren und wieder zu erneuern. Aber zusätzlich dazu sind sie mit der psychischen Tätigkeit ausgerüstet, durch welche sie für die vollkommene Entwicklung notwendige Substanz selbst zu sich ziehen können. Sie tun das nach dem selben Gesetz und auf dieselbe Weise, wie jede Form des Lebens das notwendige Material für das Wachstum selbst zu sich zieht. Die Eiche, die Rose, die Lilie, alle verlangen ein bestimmtes Material für ihren vollkommensten Ausdruck und denen sichern sie sich durch die ruhige Nachfrage durch das Gesetz der Anziehung. Dies ist auch der sicherste Weg für sie, um das zu sichern, was sie für ihre größte Entwicklung verlangen. 18. Drücken sie das geistige Bild klar, vollkommen und verständlich aus. Halten sie es fest. Die Wege und Mittel werden sich entwickeln. Das Angebot wird der Nachfrage folgen. Sie werden dazu gebracht, die richtigen Dinge in der richtigen Zeit und auf die richtige Weise zu tun. Der aufrichtige Wunsch wird eine überzeugte Erwartung verursachen und das muss der Reihe nach durch die starke Nachfrage gefestigt werden. Diese drei können nicht daran scheitern, die Realisierung zu erreichen, da der aufrichtige Wunsch das Gefühl ist, die überzeugte Erwartung der Gedanke und die feste Nachfrage der Wille. Wie wir gesehen haben, gibt es das Gefühl der Lebenskraft an die Gedanken weiter und der Wille hält den Gedanken fest, bis das Gesetz des Wachstums ihn in die Manifestation bringt. 19. Ist es nicht herrlich, dass ein Mensch über eine solch enorme innerliche Kraft verfügt, über solch übersinnliche Fähigkeiten, von denen er keine Vorstellung hat? Ist es nicht sonderbar, dass wir immer gelehrt worden sind, nach Stärke und Macht in der äußeren Welt zu suchen? Wir sind gelehrt worden, überall, nur nicht innerhalb von uns selbst zu suchen. Und falls diese Kraft in unserem Leben mal erschien, wurde uns stets gesagt, dass sie etwas Übernatürliches wäre. 20 Es gibt zu viele, die zu der Erkenntnis dieser wunderbaren Kraft gekommen sind und ernsthafte, gewissenhafte Anstrengungen unternehmen, Gesundheit, Kraft und andere Ziele zu erreichen. Denn dennoch scheinen sie zu versagen. Sie scheinen nicht fähig zu sein, das Gesetz zum Funktionieren zu bringen. Die Schwierigkeit in fast jeden Fall ist, dass diese Personen sich mit den Äußeren befassen. Sie wollen Geld, Macht, Gesundheit und Überfluss, scheitern aber an der Erkenntnis, dass diese Dinge Auswirkungen sind und nur dann entstehen können, wenn die Ursache gefunden worden ist. 21 Diejenigen, die der äußeren Welt keine Beachtung schenken, werden sich bemühen, nur die Wahrheit zu sehen. Sie werden nur nach der Weisheit suchen und erkennen, dass sie die Quelle der ganzen Kraft entfalten und dass sie diese im Gedanken und der Absicht manifestieren wird. So werden gewünschte äußerliche Bedingungen geschaffen. Diese Wahrheit wird ihren Ausdruck in der edlen Absicht und in der mutigen Handlung finden. 22 Schaffen Sie nur Ideale, verlieren Sie keine Gedanken über äußerliche Bedingungen. Stellen Sie manifestieren, den sie innerhalb ihres Seins haben. Sie werden in die Verwirklichung ihrer Kraft eintreten, Ideale zu schaffen und diese Ideale werden wiederum in die Welt des Effekts projiziert. 23 Nehmen wir ein Beispiel. Ein Mensch ist verschuldet. Er wird ständig an die Verschuldung denken, sich darauf konzentrieren und weil die Gedanken Ursachen sind, sieht das Ergebnis so aus, dass er den Schuldenberg selbst nicht nur festigt, sondern tatsächlich noch vergrößert. Er setzt das große Gesetz der Anziehung mit dem üblichen und unvermeidlichen Ergebnis in Betrieb. Verlust führt zu größeren Verlust. 24 Was ist dann der richtige Grundsatz? Konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die Sie wollen, nicht auf die Dinge, die Sie nicht wollen. Denken Sie an Überfluss, idealisieren Sie die Methoden und Pläne, um das Gesetz des Überflusses in Gang zu setzen. Visualisieren Sie die Bedingungen, die das Gesetz des Überflusses schafft, denn dies wird auf Manifestation hinauslaufen. 25 Wenn das Gesetz vollkommen funktioniert, um Armut und Mangel sowie jede andere Art der Begrenzung für diejenigen zu schaffen, die ständig an Mangel und Angst denken, funktioniert es mit derselben Gewissheit, die Bedingung des Überflusses und Wohlstand für diejenigen zu schaffen, deren Gedanken auf Mut und Kraft ausgerichtet sind. 26 Das ist für viele ein großes Problem. Wir sind zubesorgt, wir manifestieren Sorge, Angst und Qual. Wir wollen etwas tun, wir wollen helfen, wir ähneln einen Kind, welches gerade einen Samen gepflanzt hat und alle 15 Minuten hingeht und die Erde aufbricht, um zu sehen, ob der Samen wächst. Natürlich wird der Samen unter solchen Verhältnissen nie keimen und doch ist es genau das, was viele von uns in der geistigen Welt tun. 27 Wir müssen den Samen pflanzen und ihn unberührt lassen. Das bedeutet nicht, dass wir uns setzen und keineswegs nichts tun sollen. Wir werden vielmehr eine bessere Arbeit tun, als wir sie jemals zuvor getan haben. Ständig werden neue Kanäle zur Verfügung gestellt und neue Türen werden sich öffnen. Alles, was dazu notwendig ist, ist ein offener Geist und die Bereitschaft zu handeln. wenn die Zeit dazu kommt. 28 Die Kraft der Gedanken ist das stärkste Mittel, um Wissen zu erlangen. Wenn man den Gedanken auf ein bestimmtes Thema konzentriert, wird das Problem behoben. Nichts geht über die Kraft des menschlichen Verstandes hinaus, verstanden, verstanden, Gedanken zu Nutze zu machen und sie darum zu bitten, die von ihnen erbetene Arbeit zu tun. 29 Denken sie daran, dass ihr Gedanke das Feuer ist, welches den Dampf verursacht und dieser Dampf dreht das Rad ihrer Zukunft, von dem ihre Erfahrungen abhängen. 30 Stellen sie sich folgende Fragen und warten sie dann ehrfürchtig auf die Antwort. Sind sie ab und zu sie selbst? Geben sie ihre Antwort selbst oder die der Mehrheit. Denken sie daran, dass die Mehrheit immer geleitet wird, aber niemals selbst führt. Es war die Mehrheit, die mit allen Mitteln gegen den Dampfmotor, den mechanischen Webstuhl und jeden anderen Fortschritt oder eine andere vorgeschlagene Verbesserung ankämpfte. 31 Ihre Übung in dieser Woche Visualisieren sie sich ihren Freund, sehen sie ihn genau wie bei der letzten Begegnung, sehen sie das Zimmer und die Möbel, erinnern sie sich an das letzte Gespräch, betrachten sie jetzt sein Gesicht, sehen sie es klar, sprechen sie nun mit ihm über ein Thema von gegenseitigem Interesse. Sehen sie wie sich sein Gesichtsausdruck verändert, sehen sie wie er lächelt, können sie das tun, ganz recht, sie können es, dann wecken sie sein Interesse, erzählen ihm eine Abenteuergeschichte und sie sehen seine Augen mit dem Geist der Freude oder Aufregung aufleuchten. Können sie all dies tun? Wenn ja, dann ist ihre Einbildungskraft gut, sie machen ausgezeichnete Fortschritte. Teil 07 Lernfragen mit Antworten 61 Was ist Visualisierung? Der Prozess, geistige Bilder zu produzieren. 62 Was ist das Ergebnis dieser Methode der Gedanken? Indem wir das Bild im Sinn festhalten, können wir das Objekt allmählich aber sicher näher zu uns ziehen. Wir können das sein, was wir sein möchten. 63 Was ist Idealisierung? Es ist der Prozess, Pläne zu visualisieren, die sich in unserer objektiven Welt verwirklichen werden. 64 Warum sind Klarheit und Genauigkeit notwendig? Weil Sehen das Gefühl und Gefühl das Sein schafft, zuerst das Geistige, dann das Emotionale Sein, dann die unbegrenzten Möglichkeiten. 65 Wie werden sie gewonnen? Jede wiederholte Visualisierung konstruiert das Bild genauer als das vorige. 66 Wie wird das Material für das Errichten ihres geistigen Bildes gesichert? Durch millionengeistiger Arbeiter, diese werden Gehirnzellen genannt. 67 Was sind die notwendigen Bedingungen, um die Verkörperung ihrer Ideale in der objektiven Welt zu schaffen? Es ist das Gesetz der Anziehung, nachdem sich alle Bedingungen richten und aufgrund dessen alle Erfahrungen verursacht werden. 68 Welche drei Schritte sind notwendig, um dieses Gesetz in Gang zu bringen? Der aufrichtige Wunsch, die überzeugte Erwartung und schließlich die feste Nachfrage. 69 Warum versagen viele? Weil sie sich auf Verlust, Krankheiten und Katastrophen konzentrieren. 70 Wie sieht die Alternative aus? Sich auf die Ideale zu konzentrieren, die sie wünschen und diese in ihrem Geist als Manifest zu sehen. Der achte Teil Durch Vorstellungskraft zur Scharfsinnigkeit Einleitung Teil 08 In diesem Teil werden sie herausfinden, dass sie frei wählen können, was sie denken, das Ergebnis ihres Denkens aber nach einem unveränderlichen Gesetz geregelt wird. Ist das nicht ein herrlicher Gedanke, ist es nicht wunderbar zu wissen, dass unser Leben nicht ein vorgegebenes Ergebnis aus der Laune einer größeren Macht heraus ist, dass unser Leben nach dem Gesetz geregelt wird? Diese Stabilität ist unsere Gelegenheit, denn indem wir das Gesetz erfüllen, können wir auch die gewünschte Wirkung mit der unveränderlichen Präzision erzielen. Es ist das Gesetz, welches dem Universum ein großartiges triumphierendes Lied, der Harmonie spielt. Ohne das Gesetz wäre das Universum ein Chaos, statt eines Universums. Klammer auf, anderes Wort, für Ordnung, Klammer zu. Hier also liegt das Geheimnis des Ursprungs von Gut und Böse. Es enthält alles Gute und Böse, das jemals war oder jemals sein wird. Lassen Sie es mich erklären. Der Gedanke läuft auf eine Handlung hinaus. Wenn Ihr Gedanke konstruktiv und harmonisch ist, wird das Ergebnis gut. Wenn Ihr Gedanke schädlich oder disharmonisch ist, wird das Ergebnis schlecht. Und deshalb gibt es nur ein Gesetz, einen Grundsatz, eine Ursache, eine Quelle der Macht. Gut und Böse sind einfach Wörter, die entstanden sind, um das Ergebnis unserer Handlung beziehungsweise unsere Befolgung oder Nichtbefolgung dieses Gesetzes anzuzeigen oder anzuerkennen. Diese Wichtigkeit wird an Emerson und Charlies Leben gut geschildert. Emerson liebte das Gute und sein Leben war eine Symphonie des Friedens und der Harmonie. Scharley hasste das Schlechte und sein Leben war eine Aufzeichnung fortwährend der Uneinigkeit und Unglück. Hier haben wir zwei großartige Männer, die beide beabsichtigten, dasselbe Ideal zu erreichen. Aber während der Eine vom konstruktiven Gedanken Gebrauch machte und deshalb in Harmonie mit dem natürlichen Gesetz lebte, nutzte der Andere den zerstörerischen Gedanken und brachte so Unglück jeder Art über sich selbst. Es ist also offensichtlich, dass wir nichts hassen sollen, nicht einmal das Schlechte, weil Hass zerstörerisch wirkt. Wir werden bald erkennen, dass wir durch den zerstörerischen Gedanken Wind sehen und später den Sturm ernten werden. Teil 08 Durch Vorstellungskraft zur Scharfsinnigkeit 1 Der Gedanke enthält ein Lebensprinzip, weil er das schöpferische Prinzip des Universums ist und sich durch seine Natur mit anderen ähnlichen Gedanken verbinden wird. 2 Da eine Absicht des Lebens Wachstum ist, müssen alle Grundsätze, welche der Existenz unterliegen, dazu beitragen, diesem Gesetz Wirkung zu verleihen. Deshalb nimmt der Gedanke Form an und das Gesetz des Wachstums bringt ihn schließlich in die Manifestation. 3 Sie können frei wählen, was Sie denken. Das Ergebnis Ihrer Gedanken ist jedoch nach einem unveränderlichen Gesetz geregelt. Kein einziger Gedanke wird daran scheitern, sein Ergebnis in der Eigenschaft Gesundheit und Verhältnissen der Person zu erzeugen. Die Methoden, mit denen wir Gewohnheiten zum konstruktiven Denken gegen solche, welche eine unerwünschte Wirkung erzeugen, auswechseln können, sind daher von großer Wichtigkeit. 4 Wir alle wissen, dass dies keineswegs leicht ist. Geistige Gewohnheiten lassen sich schwerlich kontrollieren, aber durch den sofortigen Beginn, den konstruktiven Gedanken gegen den zerstörerischen Gedanken auszutauschen, ist es möglich. Bilden Sie die Gewohnheit daraus, jeden Gedanken zu analysieren, sofern dies notwendig ist. Wenn die Manifestation dieser Gewohnheit als Ziel nicht nur für sich selbst, sondern für alle, die es in dem Fall betreffen kann, von Vorteil sein wird, behalten Sie diese. Unterschätzen Sie diese Gewohnheit nicht. Sie ist von höchster Wichtigkeit und im Einklang mit den Unendlichen. Sie wird wachsen, sich entwickeln und Früchte tragen. Es wird auch für Sie gut sein, dieses Zitat von George Mattes Adams zu verinnerlichen. Lernen Sie, die Tür geschlossen zu halten. Halten Sie Ihren Geist, Ihrem Büro und Ihrer Welt jedes Element fern, das sich Eintritt verschaffen will, jedoch kein bestimmtes, nützliches Ergebnis mitbringt. 5. Wenn Ihr Gedanke kritisch oder zerstörend gewesen ist und auf irgendwelche Bedingungen für Uneinigkeit oder Unglück in Ihrer Umgebung hinausgelaufen ist, kann es nötig sein, dass Sie eine geistige, dem konstruktiven Gedanken hilfreiche Einstellung einnehmen. 6. Die Vorstellungskraft wird dabei als eine große Hilfe empfunden. Die Bildung dieser Vorstellungskraft führt zur Entwicklung von Idealen, aus denen Ihre Zukunft bestehen wird. 7. Die Vorstellungskraft nimmt das Material auf, aus dem der Geist den Stoff webt und mit dem Ihre Zukunft gekleidet werden soll. 8. Die Vorstellungskraft ist das Licht, durch das wir in eine neue Denk- und Erfahrungshorizonte vorstoßen können. 9. Die Einbildungskraft ist das mächtigste Instrument, durch das sich jeden großen Entdecker und Erfinder der Weg vom Präzedenzfall zur Erfahrung eröffnete. Der Präzedenzfall sagt, es kann nicht getan werden, die Erfahrung entgegnet, es ist getan. 10. Die Vorstellungskraft ist eine plastische Kraft, welche die Dinge in neue Formen und Ideale gießt. 11. Die Vorstellungskraft ist die konstruktive Form des Gedankens, die jeder konstruktiven Handlung vorangehen muss. 12. Ein Baumeister kann kein Gerüst, egal welcher Art, verwirklichen, bisher nicht die Pläne des Architekten erhalten hat, der wiederum sich selbst von seiner Vorstellungskraft entnehmen musste. 13. Der Leiter einer Industrie kann keine riesige Gesellschaft aufbauen, die hunderte von kleineren Gesellschaften und tausende von Angestellten koordiniert, sowie Millionen Beträge des Kapitals verwertet, bisher nicht die vollständige Arbeit in seiner Vorstellungskraft geschaffen hat. Ziele in der materiellen Welt sind wie der Ton in der Hand des Töpfers. Es ist der höchste Geist, welcher die wirklichen Dinge erschafft. Durch den Gebrauch der Vorstellungskraft geschieht diese Arbeit. Um die Vorstellungskraft auszubilden, muss sie praktiziert werden. Außer dieser Übung ist die Bildung von geistigen sowie auch von physischen Muskeln notwendig. Der Muskel muss ernährt werden, sonst kann er nicht wachsen. 14. Verwechseln Sie die Vorstellungskraft nicht mit Fantasie oder einer Form der Träumerei, welcher sich einige Menschen hingeben mögen. Denn die Träumerei verkörpert eine Form der geistigen Verschwendung, was so einer geistigen Katastrophe führen kann. 15. Konstruktive Vorstellungskraft bedeutet geistige Arbeit. Und durch mancherlei Betrachtungen scheint diese die schwerste Art der Arbeit zu sein. Aber selbst wenn es so ist, trägt sie den größten Erfolg mit sich für alle großen Dinge im Leben von Männern und Frauen, welche die Kapazität haben, zu denken, es sich vorzustellen und ihre Träume wahr werden zu lassen. 16. Wenn sie sich der Tatsache bewusst geworden sind, dass der Geist der einzige kreative Grundsatz ist, dass er allmächtig, allwissend und allgegenwärtig ist und dass sie selbst durch ihre Gedankenkraft bewusst in die Harmonie mit dieser Allmacht eintreten können, dann werden sie einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. 17. Der nächste Schritt ist, sich in Position zu begeben, diese Kraft zu empfangen. Da sie allgegenwärtig ist, muss sie innerhalb von ihnen sein. Wir wissen, dass es so ist, weil wir wissen, dass die ganze Kraft in der inneren Welt liegt, aber entwickelt, entfaltet und gebildet werden muss. Um das tun zu können, müssen wir empfänglich sein. Diese Empfänglichkeit wird ebenso wie die physische Kraft durch Übung erworben und gewonnen. 18. Das Gesetz der Anziehung wird ihnen zweifellos die Bedingungen, Umgebungen und Erfahrungen im Leben entsprechend ihrer gewohnheitsmäßigen, charakteristischen, geistig vorherrschenden Einstellung nahe bringen. Nicht das, was sie hin und wieder mal denken, wenn sie in der Kirche sind oder gerade ein gutes Buch gelesen haben, zählt, sondern ihre geistig vorherrschende Einstellung. 19. Sie können sich nicht täglich zehn Stunden lang mit schwachen, schädlichen und negativen Gedanken beschäftigen und dabei erwarten, mit einem hingegen nur zehnminütigen, starken, positiven und kreativen Denken Bedingungen verursachen zu können, die schön, stark und harmonisch ausfallen. 20. Wahre Kraft kommt aus dem Inneren. Alle Kraft, die von jedem jederzeit benutzbar ist, befindet sich innerhalb des Menschen. Sie wartet nur darauf, als solche erkannt zu werden und in dessen Bewusstsein eingearbeitet zu werden, sodass der Mensch eins mit ihr wird. 21. Manche Leute sagen, dass sie sich ein erfülltes Leben wünschen und verhalten sich auch so. Aber so viele konkretisieren ihre Absicht, indem sie ihre Muskeln trainieren, ihren Atem kontrollieren, bestimmte Nahrungsmittel auf bestimmte Weise essen oder täglich eine feste Anzahl von Gläsern mit Wasser einer bestimmten Temperatur trinken. Auf diese Weise wollen sie das erfüllte Leben erreichen, welches sie sich wünschen. Das Ergebnis solcher Methoden ist jedoch belanglos. Wenn ein Mensch hingegen zur Wahrheit erwacht und seine Individualität mit dem Ganzen abstimmt, realisiert er, dass er ein klares Auge und einen angenehmen Gang bekommt und er eine jugendliche Energie annimmt. Somit findet er heraus, dass er die Quelle aller Kraft entdeckt hat. Alle Fehler sind nur Fehler der Unerfahrenheit. Die Gewinnung an Wissen und konsequenter Kraft ist das, was man Wachstum und Evolution nennt. Kraft wird durch Anerkennung und Demonstration von Wissen dargestellt und es ist geistige Kraft. Diese geistige Kraft liegt im Herzen aller Dinge. Sie ist die Seele des Universums. 23 Dieses Wissen resultiert aus der Fähigkeit des Menschen zu denken. Daher gilt der Gedanke als Keim der bewussten Evolution des Menschen. Wenn der Mensch aufhört, in seinen Gedanken und Idealen voranzugehen, beginnen seine Kräfte sofort sich aufzulösen. Seine Haltung registriert diese sich ändernden Verhältnisse nach und nach. 24 Erfolgreiche Menschen machen es sich zu ihrem Geschäft, Ideale von Bedingungen vorzugeben, die sie erreichen möchten. Immer wieder halten sie sich den nächsten notwendigen Schritt für das angestrebte Ideal vor Augen. Die Gedanken sind dabei die Materialien, mit denen sie bauen. Die Vorstellungskraft ist ihre geistige Werkstatt. Der Geist ist die sich jederzeit bewegende Kraft, mit der diese Menschen notwendige Personen und Umstände zu sich ziehen, um ihre Erfolgsstruktur aufzubauen. Die Vorstellungskraft gleicht einer Matrix, in der alle großen Dinge geformt werden. 25 Wenn sie ihrem Ideal treu geblieben sind, werden sie den Ruf hören, wenn die Verhältnisse zur Verwirklichung ihrer Pläne bereit sind. Die Ergebnisse werden im genauen Verhältnis mit ihrer Treue zu ihrem Ideal stehen. Das festgehaltene Ideal ist das, was zu seiner Erfüllung die notwendigen Bedingungen anzieht, die vorher bestimmt wurden. 26 Es ist tatsächlich so, dass sie ein Kleidungsstück des Geistes und der Kraft ins Netz ihrer ganzen Existenz weben können. Sie können ein bezauberndes Leben führen und für immer vor allem Schaden geschützt werden. Auch sie selbst können zu einer positiven Kraft werden, durch die sie die Umstände des Wohlstandes und der Harmonie anziehen werden. 27 Es ist der negative Gedanke, der das allgemeine Bewusstsein allmählich durchdringt und für die Bedingung der Unruhe größtenteils verantwortlich ist. 28 Im letzten Teil schufen sie ein geistiges Bild. Sie transformierten es vom Unsichtbaren ins Sichtbare. In dieser Woche möchte ich, dass sie sich einen Gegenstand nehmen und ihn bis zu seinen Anfängen zurückverfolgen. Sehen sie, aus was er wirklich besteht. Wenn sie dies tun, entwickeln sie ihre Vorstellungskraft und Scharfsinnigkeit, ihre Wahrnehmung und Weisheit. Diese entspringen nicht der oberflächlichen Beobachtung, wie die Mehrheit sie vornimmt, sondern einer scharfen analytischen Betrachtung, die unter die Oberfläche sieht. 29 Es sind wenige, die wissen, dass die Dinge, die sie sehen, nur Auswirkungen sind und nur wenige, die die Ursachen verstehen, durch die diese Wirkungen existieren. 30 Nehmen sie dieselbe Position wie immer ein. Und stellen sie sich ein Kriegsschiff vor. Sehen sie das riesige Schiff auf der Oberfläche des Wassers schwimmen. Es scheint nirgendwo in Sichtweite Leben zu geben. Alles ist still. Sie Sie wissen, Sie wissen, dass sich der bei Weitem größte Teil des Schiffes im Wasser befindet und damit außer Sicht ist. Sie wissen, dass es ebenso groß und ebenso schwer ist wie ein Wolkenkratzer mit 20 Stockwerken. Hunderte von Männern wären sofort bereit, sich für die ihnen zugeteilten Aufgaben einzusetzen. Sie wissen, dass jede Abteilung selbst für fähige, ausgebildete und erfahrene Männer verantwortlich ist. Obwohl das Schiff anscheinend nichts wahrnehmen kann, wissen die Arbeiter, dass es Augen hat, die im Umkreis von vielen Meilen alles sehen und deren wachsamen Blick nichts entgehen wird. Den Männern ist bewusst, dass das Schiff zwar ruhig, gehorsam und harmlos erscheint, es aber bereit ist, auf einen meilenweit entfernten Feind eine tausend Pfund schwere dieses und vieles andere mehr können Sie sich problemlos vorstellen. Wie bekam es dazu, dass das Kriegsschiff existiert? Wie entstand es? All dies wollen Sie wissen, wenn Sie ein sorgfältiger Beobachter sind. 31. Verfolgen Sie im Geist die größten Stahlplatten in den Gießereien, sehen Sie tausende von Männern, die diese Produktion durchführen. Gehen Sie noch weiter zurück und beobachten Sie das Erz, wie es aus der Mine heraus kommt, sowie dessen Verladung auf Lastwagen oder Autos. Sehen Sie, wie es schmilzt und in die richtige Form weiterverarbeitet wird. Gehen Sie noch weiter zurück. Schauen Sie den Architekten und Ingenieuren bei der Planung des Schiffes zu. Verfolgen Sie diesen Gedanken noch weiter zurück, um herauszufinden, warum Sie das Schiff planten. Sie werden sehen, dass Sie mit den Gedanken jetzt so weit zurück liegen, dass das Schiff nichts greifbares ist. Es existiert nicht mehr, nur noch im Gedanken, der im Gehirn des Architekten besteht. Aber wie entstand die Reihenfolge der Ereignisse, um das Schiff zu planen? Wahrscheinlich durch das Verteidigungsministerium, aber wahrscheinlich wurde dieses Schiff lange vor dem Krieg geplant, bevor dieser Kongress ein Belegte. Vielleicht gab es Gegenstimmen und Reden gegen den Gesetzesentwurf. Wen stellen diese Kongressabgeordneten dar? Sie repräsentieren Sie und mich, so dass unser Gedankenpfad mit den Kriegsschrift beginnt und mit uns selbst endet. In der letzten Analyse finden wir heraus, dass unser eigener Gedanke und viele andere Dinge, an die wir selten denken, dafür verantwortlich sind. Mit ein wenig mehr Nachdenkvermögen können wir die wichtigste Tatsache von allen enthüllen. Wenn jemand das Gesetz nicht entdeckt hätte, nachdem diese enorme Masse von Stahl und Eisen hergestellt werden konnte, auf dem Wasser zu schwimmen, anstatt auf den Grund zu sinken, könnte das Kriegsschiff überhaupt nicht entstanden sein. 32 Das Gesetz ist folgendes. Das spezifische Gewicht eines Körpers ist das Verhältnis seiner Gewichtskraft zu seinem Volumen. Die Entdeckung dieses Gesetzes revolutionierte jede Art von Reisen über den Ozean, von Handel und Krieg. Die Existenz des Kriegsschiffs, der Flugzeugträger und Schiffe wurde daher für die Reisen möglich. 33 Sie werden Übungen dieser Art unschätzbar finden. Wenn der Gedanke unter die Oberfläche zu schauen ausgebildet worden ist, nimmt alles einen anderen Anschein an. Das Unbedeutende wird bedeutend, das Langweilige wird interessant. Wie man sieht, scheinen die Dinge, die wir für unwichtig hielten, die einzig wirklich lebenswichtigen Dinge im Leben zu sein. Teil 08 Lernfragen mit Antworten 71 Was bedeutet Vorstellungskraft? Eine Form des konstruktiven Denkens, das Licht, durch das wir neue Gedankenwelten und Erfahrungen vorstoßen, das mächtige Instrument, durch das sich jeden großen Erfinder oder Entdecker der Weg vom Präzedenzfall zur Erfahrung eröffnete. Was ist das Ergebnis der Vorstellungskraft? Die Bildung der Vorstellungskraft führt zur Entwicklung des Idealen, aus denen ihre Zukunft bestehen wird. 73 Wie kann sie gebildet werden? Durch Übung 74 Wie unterscheidet sich die Vorstellungskraft vom Träumen? Tag Träumen ist eine Form der geistigen Verschwendung, während Vorstellungskraft eine Form des konstruktiven Gedankens ist, welcher jeder konstruktiven Handlung vorausgehen muss. 75 Was ist der Fehler? Die Unerfahrenheit 76 Was ist Wissen? Das Ergebnis der menschlichen Fähigkeit zu denken. 77 Welches ist die Kraft, mit der erfolgreiche Menschen bauen? Der Geist ist, die sich jederzeit bewegende Kraft, mit der diese Menschen notwendige Personen und Umstände zu sich ziehen? 78 Wodurch wird das Ergebnis festgelegt? Das festgehaltene Ideal ist das, welches die notwendigen Bedingungen für dessen Erfüllung anzieht und bestimmt. 79 Welches ist das Ergebnis einer scharfen analytischen Beobachtung? Die Entwicklung der Vorstellungskraft, des Scharfsinns sowie der Wahrnehmung und der Weisheit? 80 Wohin führen diese? Zu Wohlstand und Harmonie? Der neunte Teil Die Affirmation Einleitung Teil 09 In diesem Teil können Sie lernen, die Werkzeuge zu erzeugen, mit denen Sie für sich selbst jede gewünschte Bedingung erschaffen können. Wenn Sie Bedingungen ändern möchten, müssen Sie sich ändern. Ihre Stimmungen, Wünsche, Vorstellungen und Ihr Ehrgeiz können jedes Mal durchkreuzt werden, Klammer auf, von Zeit zu Zeit können es andere Wünsche, Vorstellungen etc. Klammer zu, aber Ihre innersten Gedanken werden sich ebenso sicher verwirklichen, wie die Pflanze aus dem Samen entspringt. Nehmen wir an, wir möchten Bedingungen ändern. Wie können wir das bewerkstelligen? Die Antwort ist einfach, mit dem Gesetz des Wachstums. Ursache und Wirkung liegen ebenso absolut und unbeirrbar in der gedanklichen wie in der materiellen Welt verborgen. Behalten Sie die gewünschte Bedingung im Sinn. Bejahen Sie sie als eine bereits bestehende Tatsache. Das zeigt den Wert einer starken Autosuggestion. In Klammern Affirmation. Durch die ständige Wiederholung wird sie ein Teil von uns selbst. Wir ändern uns tatsächlich, machen uns selbst zu dem, was wir sein möchten. Charakter ist keine Sache der Möglichkeit, sondern das Ergebnis des dauerhaften Aufwands. Wenn Sie schüchtern, überängstlich, schwankend und befangen durch Gedanken an Angst oder Bedrohung mitgenommen sind, erinnern Sie sich daran, dass zwei Dinge an demselben Platz zur gleichen Zeit nicht bestehen können. Genau diese Wahrheit liegt in der geistigen und spirituellen Welt vor, so dass ihr Heilmittel darin besteht, Gedanken der Angst, des Mangels und der Beschränkung einfach einfach gegen Gedanken an Mut Kraft Selbstvertrauen und Zuversicht auszutauschen. Der leichteste und natürlichste Weg das zu tun besteht darin, eine Affirmation auszuwählen, die zu ihrem besonderen Fall passt. Der positive Gedanke wird den negativen so sicher zerstören, wie Licht die Finsternis zerstört. Die Ergebnisse werden ebenfalls wirksam sein. Handeln ist die Blüte des Gedankens und Bedingungen sind das Ergebnis dieser Handlung. Dadurch haben sie ständig die Werkzeuge, durch die sie sich sicher und unvermeidlich selbst zu besseren oder schlechteren Formen. In ihrem Besitz Heiterkeit oder das Leiden wird die Belohnung sein. Teil 09 Die Affirmation 1. Es gibt nur drei Dinge, die in der äußeren Welt gewünscht werden können und die jedes Einzelne in der inneren Welt gefunden werden kann. Das Geheimnis des Findens dieser drei Dinge ist einfach, den richtigen Mechanismus der allmächtigen Kraft anzuschließen, zu der jede Person Zugriff hat. 2. Bei den drei Dingen, die sich die gesamte Menschheit wünscht und die für ihren höchsten Ausdruck sowie ihre vollendete Entwicklung notwendig sind, handelt es sich um Gesundheit, Wohlstand und Liebe. Alle werden zugegeben, dass Gesundheit absolut notwendig ist. Keiner kann glücklich sein, wenn der physische Körper Schmerzen erleidet. Hingegen wird keiner so bereitwillig zugeben, dass Wohlstand notwendig ist. Jedoch muss aber jeder akzeptieren, dass ein bestimmtes Mindestmaß an Versorgung notwendig ist. Was der eine als genügend betrachtet, sieht er ein anderer als absoluten Mangel an. Da die Natur nicht nur eine ausreichende, sondern eine überreiche und großzügige Versorgung zur Verfügung gestellt hat, erkennen wird, dass jeder Mangel oder jede Beschränkung nur die Grenzen zieht, die wir uns selbst erschaffen. Drittens Jeder wird wahrscheinlich zugeben, dass die Liebe das dritte ist. Vielleicht werden einige sagen, das erst im Wesentlichen Notwendigste ist das Glück der Menschheit. Diejenigen, die alle drei Dinge, Gesundheit, Wohlstand und Liebe besitzen, können nichts weiteres finden, was noch zu ihren vollkommenen Glück hinzugefügt werden könnte. Vier, wir haben herausgefunden, dass die universelle Substanz, die ganze Gesundheit, das ganze Wohl sowie die ganze Liebe ist und dass der Mechanismus, mit dem wir uns bewusst dieser unendlichen Versorgung anschließen können, unsere Methode zu denken ist. Richtig zu denken ist deshalb der Eintritt zu dem geheimen Platz des Allerhöchsten. 5. Was sollen wir also denken? Wenn wir das wissen, werden wir den richtigen Mechanismus gefunden haben, welcher uns mit Dingen verbinden wird, welcher auch immer wir wünschen. Dieser Mechanismus kann sehr einfach erscheinen, wenn ich ihn hier erläutere, aber lesen Sie weiter, Sie werden erkennen, dass er in Wirklichkeit der Hauptschlüsse, die Wunderlampe ist. Sie werden erkennen, dass er die Basis, die dringend benötigte Bedingung, das absolute Gesetz des Wohlstandes ist, welches Reichtum bedeutet. 6. Um richtig akkurat zu denken, müssen wir die Wahrheit kennen. Diese ist dann das einer jeden sozialen oder geschäftlichen Beziehung zugrunde liegende Prinzip. Als eine Bedingung geht es jeder richtigen Handlung voran. Die Wahrheit zu wissen, sicher und überzeugt zu sein, schafft eine Zufriedenheit, die mit überhaupt keiner anderen vergleichbar ist. Dies ist der einzig feste Boden in einer Welt voller Zweifel, Konflikte und Gefahren. 7. Die Wahrheit zu kennen bedeutet, in der Harmonie mit der unendlichen und allmächtigen Kraft zu leben. Es bedeutet deshalb auch, sich mit einer Kraft zu verbinden, die unwiderstehlich ist und die jede Art von Angst, Mistlang, Zweifel oder sonstiger Fehler beseitigen wird, weil die Wahrheit mächtig ist und sich durchsetzen wird. 8. Die geringste Intelligenz kann das Ergebnis jeder Handlung sofort voraussagen, wenn sie weiß, dass es auf der Wahrheit beruht. Aber die mächtigste Intelligenz, der tiefste und eindringendste Verstand geht hoffnungslos verloren und kann keine Vorstellung der Ergebnisse hervorbringen, wenn ihre Hoffnungen auf einer wissentlich falschen Voraussetzung gegründet sind. 9. Jede Handlung, die nicht in Harmonie mit der Wahrheit steht, ob durch Unerfahrenheit oder eigene Absicht, wird auf Mistlang und schließlich zum Nachteil hinauslaufen. 10. Auf welche Weise sollen wir die Wahrheit anerkennen, um diesen Mechanismus, welcher uns mit den Unendlichen verbinden wird, hier dazuzufügen? 11. Wir können keinen Fehler machen, wenn wir begreifen, dass die Wahrheit der Lebensgrundsatz des universalen Geistes und damit auch allgegenwärtig ist. Wenn Sie zum Beispiel jemanden Gesundheit wünschen, wird Ihnen die Erkenntnis der Tatsache, dass das Ich in Ihnen geistig ist und dass alles geistige Eins ist, so dass wo auch immer ein Teil ist, muss dort auch das Ganze sein. Die Bedingung für Gesundheit schaffen, weil jede Zelle im Körper die Wahrheit manifestieren muss, sobald Sie die Wahrheit sehen. Wenn Sie Krankheit sehen, werden Sie Krankheit manifestieren. Wenn Sie die Vollkommenheit sehen, müssen Sie Vollkommenheit manifestieren. Die Affirmation Ich bin perfekt, vollkommen, stark, mächtig, harmonisch und glücklich wird harmonische Bedingungen hervorrufen. Der Grund dafür besteht in der Affirmation und in ihrer strikten Übereinstimmung mit der Wahrheit. Denn wenn Wahrheit erscheint, muss jede fehlerhafte oder missgebildete Form zwangsläufig verschwinden. Zwölf Sie haben herausgefunden, dass das Ich geistig ist. Deshalb kann es nie weniger als perfekt zu dieser Affirmation stehen. Ich bin perfekt, vollkommen, stark, mächtig, harmonisch und glücklich ist daher eine wissenschaftliche exakte Aussage. 13 Der Gedanke ist eine geistige Tätigkeit und der Geist ist schöpferisch. Das Ergebnis dieser Gedanken im Sinne zu behalten muss dementsprechend unbedingt die Bedingung für eine Harmonie mit den Gedanken beinhalten. 14 Wenn Sie sich Reichtum wünschen, wird Ihnen die tatsächliche Erkenntnis, dass das Ich in Ihnen mit dem universalen Geist eins ist, welches die gesamte Substanz umfasst und allmächtig ist, helfen, das Gesetz der Anziehung in Betrieb zu nehmen. Dieses Gesetz wird Sie in die Schwingung mit den Kräften versetzen, die den Erfolg fördern und die Voraussetzung zu Kraft und Fülle im direkten Verhältnis mit der Eigenschaft und der Absicht ihrer Affirmation verschaffen. 15 Visualisierung ist der Mechanismus, den Sie brauchen. Visualisierung ist ein ganz anderer Prozess als das Sehen. Das Sehen ist physisch und daher mit der objektiven Welt der äußeren Welt verwandt. Aber Visualisierung ist ein Produkt der Einbildungskraft und deshalb ein Produkt des subjektiven Geistes, der inneren Welt. Es besitzt darum Lebenskraft und wird wachsen. Das visualisierende Ziel wird sich in der Form manifestieren. Der Mechanismus ist vollkommen, er wurde vom Meister Architekten geschaffen, der alle Dinge gut macht. Doch leider ist manchmal derjenige, der die Maschinen bedient unerfahren oder untüchtig, aber Praxis und Entschlossenheit werden diesen Defekt wettmachen. 16 Wenn Sie sich Liebe wünschen, versuchen Sie Folgendes zu begreifen. Der einzige Weg, Liebe zu erlangen, besteht darin, sie zu geben. Und je mehr Sie sie weitergeben, desto mehr erhalten sie sie selbst. Der einzige Weg, Liebe geben zu können, ist der, sich selbst mit Liebe zu füllen, bis sie zu einem Magnet werden. Die Methode wurde in einer anderen Lektion erklärt. 17 Derjenige, der gelernt hat, die größten geistigen Wahrheiten in Berührung mit den sogenannten kleineren Dingen des Lebens zu bringen, hat das Geheimnis der Lösung seines Problems entdeckt. Dadurch, dass die Methode großen Ideen, großen Ereignissen, großen Zielen und großen Menschen nahe steht, werden Menschen immer nachdenklicher. Wie man sagt, hat Lincoln in allen Menschen, die in seine Nähe kamen, das Gefühl geweckt, dass sie sich einem Berg nähern. Dieses Gefühl bestätigt sich am schärfsten, wenn einer beginnt zu begreifen, dass Lincoln sich auf Dinge gestützt hat, die ewig sind. Klammer auf, die Macht der Wahrheit. Klammer zu. 18. Manchmal ist es eine Inspiration, wenn man von jemandem hört, der diese Grundsätze tatsächlich schon auf die Probe gestellt und sie in seinem eigenen Leben demonstriert hat. Ein Brief von Frederick Andres bietet die folgende Erkenntnis. 19. Ich war ungefähr 13 Jahre alt, als Dr. T. W. Marseille noch vor seinen Tod zu meiner Mutter sagte, es gibt keine Möglichkeit, Frau Andres. Ich verlor meinen kleinen Jungen auf dieselbe Weise, nachdem ich alles für ihn getan hatte, was möglich war. Ich habe eine spezielle Studie dieser Fälle durchgeführt und ich weiß, dass es keine Chance für ihn gibt, dass es ihm besser geht. 20. Sie drehte sich zu ihm und sagte Doktor, was würden Sie tun, wenn er Ihr Junge wäre? Er antwortete, ich würde kämpfen. Kämpfen, solange es einen Hauch von Leben gibt, um den es zu kämpfen gilt. 21. Das war der Anfang eines lange andauernden Kampfes, der vielfach auf und ab verlief. Alle Ärzte waren sich einig, dass es keine Hoffnung auf ein Heilmittel gab. Trotzdem ermutigten sie uns, wie sie nur kannten. 22. Aber schließlich kam der Sieg. Von einem kleinen, gekrümmten, verdrehten, verkrüppelten Mann wuchs sich zu einem starken, gerade, gut geformten heran. 23. Jetzt weiß ich, dass auch Sie die Formel wollen. Ich werde sie Ihnen so kurz und prägnant geben, wie ich kann. 24. Ich erschuf eine Affirmation für mich selbst. mit den Qualitäten, die für mich selbst am wichtigsten waren. Diese habe ich für mich selbst immer wieder angewendet. Ich bin perfekt, vollkommen, stark, mächtig, harmonisch und glücklich. Ich behielt diese Affirmation, bejahte sie immer wieder ohne Veränderung, bis ich einmal in der Nacht aufwachte und mich dabei erwischte, die Aussage unbewusst zu wiederholen. Ich bin perfekt, vollkommen, stark, mächtig, harmonisch und glücklich. Es war das letzte in der Nacht und das erste am Morgen, was auf meinen Lippen lag. 25. Nicht nur bejahte ich es für mich selbst, sondern auch für andere, von denen ich wusste, dass sie es brauchten. Ich will diesen Punkt betonen, denn was sie für sich selbst wünschen, affirmieren sie auch für andere und es wird ihnen beiden helfen. Wir ernten, was wir sehen. Wenn wir Gedanken an Liebe und Gesundheit verbreiten, kehren sie zu uns in Überfluss zurück. Aber wenn wir Gedanken, die Angst, Sorge, Neid, Wut, Hass und so weiter beinhalten, weitergeben, ernten wir auch davon die Folgen in unserem eigenen Leben. 26. Es heißt, dass ein Mensch alle sieben Jahre einen völlig neuen Körper erhält. Einige Wissenschaftler erklärten aber jetzt, dass wir uns ausnahmslos alle elf Monate erneuern. Was bedeutet, dass wir wirklich nur elf Monate alt sind. Wenn wir die Fehler in unserem Körper Jahr für Jahr neu einbauen, haben wir keinen, den wir dafür zur Verantwortung ziehen können, außer uns selbst. 27. Der Mensch als Ganzes ist die totale Summe seiner eigenen Gedanken. Daher lautet die Frage, wie können wir lernen, nur die guten Gedanken in Erwägung zu ziehen und die schlechten zurückzuweisen. Am Anfang können wir die schlechten Gedanken nicht davon abhalten, in unseren Kopf einzudringen, aber wir können lernen, diese nicht mal in Betracht zu ziehen. Der einzige Weg, so zu handeln, ist sie zu vergessen. Was bedeutet, diese zu ersetzen? Das ist, wo die fertige Affirmation ins Spiel kommt. 28. Wenn ein Gedanke an Wut, Neid, Angst oder Sorge eindringt, beginnen sie einfach mit ihrer Affirmation. Die Finsternis wird mit Licht bekämpft, die Kälte mit der Hitze. Der Weg, das Böse zu überwinden, liegt im Guten. Für mich selbst konnte ich niemals eine Hilfe bei Leugnungen finden. Affirmieren sie das Gute und das Schlechte wird verschwinden. Klammer auf Friedrich Elias Andres 29. Wenn es irgendetwas gibt, was sie sich wünschen, wäre es gut, für sie von dieser Affirmation Gebrauch zu machen. Sie kann nicht übertroffen werden. Verwenden sie sie, so wie sie ist. Bringen sie die Aussage in Harmonie zu sich selbst, bis sie in ihr Unterbewusstsein sinkt und überall, das heißt in ihren Auto, Büro oder zu Hause angewandt werden kann. Darin liegt der Vorteil geistiger Methoden. Sie sind immer verfügbar. Der Geist ist allgegenwärtig und immer bereit. Alles, was erforderlich ist, ist die entsprechende Anerkennung seiner Allmacht, sowie die Bereitwilligkeit oder der Wunsch, der Empfänger seiner gütigen Bürgung zu werden. 30. Wenn unsere vorherrschende geistige Einstellung eine von Kraft, Mut, Freundlichkeit und Zuneigung ist, erkennen wir, dass unsere Umgebung die Bedingung in Ähnlichkeit mit diesen Eigenschaften reflektieren wird. Wenn aber unsere geistige Einstellung schwach, kritisch, neidisch und zerstörend ist, sehen wir unsere Umgebung, wie die Bedingung dieses Gedanken entsprechend widerspiegelt. als als auch das Ende bestimmen. Es ist das Gesetz, nachdem in allen Jahren und in allen Zeiten die Leute dahin geführt wurden, an die Macht des Gebets zu glauben. Nach deinem Glauben wird dir geschehen, ist nur eine andere kurze und bessere Weise, dies zu erklären. 16. Wir wissen, dass die Gesetze der Elektrizität so formuliert worden sind, dass diese unsichtbare Kraft kontrolliert und zu unserem Vorteil und unserer Bequemlichkeit auf tausenderlei Weisen verwendet werden kann. Wenn wir bewusst oder unwissend dieses Gesetz verletzen, indem wir eine stromführende Leitung berühren, die nicht richtig isoliert ist, wissen wir, dass das Ergebnis unangenehm und vielleicht unheilbringend sein wird. Ein mangelvolles Verständnis der Gesetze, die in der unsichtbaren Welt regieren, hat dieselbe Folge. Viele Menschen erleiden ununterbrochen die Folgen. 17. Es wurde erklärt, dass das Gesetz der Ursache von der Gegenseitigkeit der Polarität abhängt. Hier muss eine Verbindung geschaffen werden. Diese Verbindung kann erst zustande kommen, wenn wir im Einklang mit dem Gesetz funktionieren. Wie aber sollen wir mit dem Gesetz harmonieren, wenn wir nicht wissen, was das Gesetz ist? Wie sollen wir wissen, was das Gesetz ist? Möglich ist dies durch das Studieren und Beobachten. 18 Überall sehen wir das Gesetz, die gesamte Natur beweist seinen Vorgang im stillen, ständigen Entfalten, ihrer Selbst durch das Gesetz des Wachstums. Wo es Wachstum gibt, muss es Leben geben. Wo es Leben gibt, muss es Harmonie geben, so dass alles, was Leben hat, stets selbst die notwendigen Bedingungen und die Versorgung anzieht. 19 Wenn ihr Gedanken in Harmonie mit dem kreativen Grundsatz der Natur steht, klingt er in der Melodie mit den unendlichen Geist. Der Gedanke wird die Verbindung bilden und für sie keine Leere zurücklassen. Aber ihm ist es möglich, Gedanken zu denken, die nicht im Einklang mit den Unendlichen sind. Wenn keine Gegenseitigkeit besteht, wird auch die Verbindung nicht entstehen. Was ist dann die Folge? Wie sieht das Ergebnis aus, wenn ein Dynamo Elektrizität erzeugt, der Stromkreis abgeschnitten wird und es keinen Abfluss gibt? Der Dynamo stoppt. 20 Auf sie trifft dasselbe zu, wenn sie Gedanken in Erwägung ziehen, die mit dem Unendlichen nicht übereinstimmen. Deshalb können diese Gedanken keine Gegenseitigkeit aufbauen. Es gibt keine Verbindung. Sie werden isoliert und die Gedanken halten sich an ihnen fest, und verursachen schließlich Krankheit und vielleicht Tod. Der Mediziner kann in diesem Fall nichts Genaues diagnostizieren. Er kann der Krankheit einen Fantasienamen geben, der für die verschiedenen Erkrankungen, die eilsam das Ergebnis falschen Denkens sind, bestimmt wurde, aber die Ursache bleibt dennoch dieselbe. 21 Der konstruktive Gedanke muss zwangsläufig schöpferisch sein, aber ein schöpferischer Gedanke muss ebenso harmonisch sein und das beseitigt den gesamten zerstörenden oder konkurrenzfähigen Gedanken. 22 Weisheit, Kraft, Mut und alle weiteren harmonischen Bedingungen sind das Ergebnis von Kraft. Wir haben gesehen, dass die umfassende Kraft aus dem Inneren kommt. Ebenfalls ist jeder Mangel, jede Beschränkung oder jeder nachteilige Umstand das Ergebnis von Schwäche und Schwäche bedeutet schlicht Abwesenheit der Kraft. Die Kraft kommt aus dem Nichts, sie ist Nichts. Das Heilmittel ist umso einfacher die Kraft entwickeln. Dies wird auf genau dieselbe Weise erreicht, wie die vollständige Kraft durch Übung trainiert wird. 23 Diese Übung besteht in der Anwendung ihrer Kenntnisse. Kenntnisse wenden sich nicht von alleine an, sie müssen dies selbst tun. Überfluss wird ihnen weder vom Himmel zufallen noch in ihren Schoß gelegt werden, aber eine bewusste Erkenntnis des Gesetzes der Anziehung, die Absicht, es für einen bestimmten, eindeutigen und spezifischen Zweck in Betrieb zu nehmen und der Wille, diese Absicht auszuführen, werden die Verkörperung ihres Wunsches nach einem natürlichen Gesetz der Übertragung vollziehen. Wenn Sie das Gesetz anwenden, so entwickelt es sich entlang an regelmäßigen Kanälen. Vielleicht werden neue oder ungewöhnliche Kanäle geöffnet. Wenn das Gesetz vollständig funktionieren wird, werden Sie erkennen, dass die Dinge, die Sie suchen, nach Ihnen suchen. 24 In dieser Woche wählen Sie sich einen leeren Platz an der Wand oder einen anderen Ort aus, wo Sie gewöhnlich nicht sitzen. Zeichnen Sie im Geiste eine schwarze horizontale ungefähr 15 cm lange Linie. Versuchen Sie, die Linie einfach zu sehen, als ob sie auf die Wand gemalt worden wäre. Zeichnen Sie dann im Geist zwei vertikale Linien, die mit dieser horizontalen Linie an jedem Ende in Verbindung stehen. Danach zeichnen Sie eine andere horizontale Linie, die mit den zwei vertikalen Linien in Verbindung steht. Jetzt haben Sie ein Quadrat. Versuchen Sie das Quadrat vollkommen zu sehen. Wenn Sie es können, dann versuchen Sie einen Kreis innerhalb des Quadrats zu zeichnen. Legen Sie jetzt einen Punkt ins Zentrum des Kreises und ziehen Sie ihn zu sich, ungefähr 25 cm. Nun haben Sie auf der Quadratfläche einen Kegel, der mit der Spitze zu Ihnen schaut. Sie werden sich erinnern, dass Ihre ganze Arbeit in Schwarz war. Ändern Sie sie in weiß, in rot und gelb. 25 Wenn Sie das tun können, machen Sie ausgezeichnete Fortschritte und werden bald lernen, sich auf jedes Problem zu konzentrieren, welches Sie im Sinn haben können. Wenn jedes Ziel oder jede Absicht in Gedanken klar gehalten wird, ist es bloß eine Frage der Zeit, dies in der greifbaren und sichtbaren Form zu erreichen. Die Vision geht immer voran und bestimmt selbst die Verwirklichung. Lilian Whiting Teil 10 Lernfragen mit Antworten 91 Was ist Reichtum? Reichtum ist das Ergebnis von Kraft. 92 Welchen Wert hat Besitz? Besitz ist nur dann wichtig, wenn er Kraft weitergibt. 93 Welchen Wert haben die Kenntnisse von Ursache und Wirkung? Sie ermöglichen Menschen mutig zu planen und dies forschlos durchzuführen. 94 Wie entsteht Leben in der anorganischen Welt? Nur durch Einfügung einer lebenden Form. Es gibt keinen anderen Weg. 95 Welches ist das Bindeglied zwischen dem Begrenzten und dem Unendlichen? Der Gedanke ist das Bindeglied. 96 Warum ist das so? Weil das Universale sich nur durch die Person manifestieren kann. 97 von was hängt die Ursache ab? Von der Gegenseitigkeit, der Polarität. Eine Verbindung muss gebildet werden. Das Universal ist dabei die positive Seite der Batterie des Lebens. Die Person, die Negative und Gedanken stellen die Verbindung her. 98 Warum scheitern viele bei der Manifestation harmonischer Bedingungen? Weil sie das Gesetz nicht verstehen, es keine Polarität gibt und sie keine Verbindung aufgebaut haben. Was ist das Gegenmittel? Die bewusste Anerkennung des Gesetzes der Anziehung mit der Absicht, es in die Existenz zu einem bestimmten Zweck hineinzubringen. 100 Was wird das Ergebnis sein? Der Gedanke wird sein Ziel entsprechen und ihn in die Manifestation bringen. Weil der Gedanke ein Produkt des geistigen Menschen ist. Der Geist aber ist der kreative Grundsatz des Universums. Der elfte Teil Das induktive Denken Einleitung Teil 11 Ihr Leben wird nach dem Gesetz geregelt durch wirkliche Grundsätze, die sich niemals ändern. Das Gesetz ist zu jeder Zeit in Aktion, überall. Verankerte Gesetze unterliegen allen menschlichen Handlungen. Daher wurde es Menschen, die riesige Industrien kontrollieren, ermöglicht, mit der absoluten Präzision bestimmen zu können, welcher Prozentsatz aller 100.000 Menschen wie auf eine bestimmte gegebene Bedingung reagieren wird. Es ist jedoch gut, sich zu erinnern, dass wenn jede Wirkung das Ergebnis einer Ursache ist, diese Wirkung wiederum zu einer Ursache wird, die andere Wirkungen schafft, die wiederum andere Ursachen schaffen. Das heißt, wenn Sie das Gesetz der Anziehung zum Laufen bringen, müssen Sie sich erinnern, dass Sie für immer einen Zug der Verursachung starten. Oder anders gesagt, starten Sie einen Zug, welcher endlose Möglichkeiten haben kann. Wir hören oft, dass gesagt wird, eine sehr beunruhigende Situation trat in mein Leben ein, welche nicht das Ergebnis meiner Gedanken gewesen sein kann. Sicher habe ich niemals einen Gedanken in Erwägung gezogen, der solche Folgen haben könnte. Wir scheitern daran, uns zu erinnern, dass das Gesetz hauptsächlich seinesgleichen in der geistigen Welt anzieht und dass der Gedanke, den wir in Erwägung ziehen, bestimmte Freundschaften oder Gemeinschaften einer besonderen Art mit sich bringt. Auch bedenken wir nicht, dass diese der Reihe nach Bedingungen und Umgebung stellen, welche dann wiederum für die Bedingungen verantwortlich sind, über die wir uns beklagen. Teil 11 Das induktive Denken 0,1 Das induktive Denken ist der Prozess des objektiven Verstandes, durch den wir mehrere unterschiedliche Beispiele miteinander vergleichen, bis wir den allgemeinen Faktor sehen, der sie alle verursacht. 0,2 Induktion besteht aus dem Vergleichen der Tatsachen. Es ist genau diese Methode, die auf die Entdeckung einer Herrschaft des Gesetzes hinausgelaufen ist, welches eine Epoche im menschlichen Fortschritt gekennzeichnet hat. 0,3 Es ist die Trennungslinie zwischen dem Aberglauben und der Intelligenz. Es hat die Elemente der Unklarheit und Inkonsequenz von menschlichem Leben beseitigt und Gesetz, Ursache und Gewissenheit eingesetzt. 0,4 Es ist der Wächter am Tor, Erwähnt in einer vorausgehenden Lehre. 0,5 Wenn aufgrund von diesem Grundsatz die Welt, an welche die Sinne gewöhnt waren, revolutioniert worden war, als die Sonne in ihren Lauf angehalten worden war, war die anscheinend flache Erde in eine Kugel geformt und hat angefangen, sich um die Sonne zu drehen, als die inaktive Materie in aktive Elemente aufgelöst worden war und sich das Universum voller Kraft, Bewegung und Leben vorstellte, wo auch immer wir Fernrohr und Mikroskop hinsteuerten, werden wir gezwungen uns zu fragen, welche Warnmöglichkeiten bestehen noch, die wir für das halten, was sie nicht sind. 0,6 Wie die Pole sich selbst abstoßen oder ineinander festhalten, aneinander festhalten, scheint im Allgemeinen diese Erscheinung in einem richtigen Verhältnis zu den Sternen, Menschen und Kräften zu stehen. Wie die Menschen aus verschiedenen Vorteilen in die Partnerschaft eintreten, so ziehen sich entgegengesetzte Pole einander an. Verbindungen wie Säuren und Gase, die keine Gemeinsamkeiten haben, halten sich in der Bevorzugung fest und ein allgemeiner Austausch wird zwischen den Überschuss und dem Mangel aufrechterhalten. 0,7 Wie das Auge die Befriedigung der ergänzenden Farben, die gegeben werden, sucht und empfängt, so wird die Handlung von Bedürfnis und Wille beeinflusst, geführt und bestimmt. 0,8 Es ist unser Privileg, sich der Übereinstimmung des Grundsatzes und der Tat bewusst zu werden. George Gauvier sieht einen Zahn, der einer ausgestorbenen Rasse von Tieren angehört. Dieser Zahn will einen Körper für die Leistung seiner Funktionen und er definiert den eigenlichen Körper. Er braucht den Körper mit solcher Präzision, Cuvier im Stande ist, das Gerüst dieses Tieres wieder aufzubauen. 09 Unruhen werden in der Bewegung des Uranus beobachtet. Joseph Leverier braucht einen anderen Stern an einer bestimmten Stelle, um das System in Ordnung zu halten, und Neptun erscheint zu berechennder Zeit an seinen Platz. 10 Die instinktiven Bedürfnisse vom Tier und die intellektuellen Bedürfnisse von Cuvier, die Bedürfnisse der Natur und des Geistes von Leverier waren ähnlich und entsprechen auch die Folgen. Hier die Gedanken an einer Existenz, dort eine Existenz. Ein bestimmtes, gesetzliches Bedürfnis stattet deshalb den Verstand für die komplizierten Abläufe der Natur aus. 11 Die richtig aufgenommene Antworten von der Natur und durch das Erweitern unserer Sinne mit den Erkenntnissen der wachsenden Wissenschaft über ihre Offenbarung werden wir uns solch einen nahen, veränderten und tiefen Kontakt mit der äußeren Welt bewusst, welcher Wille, Absichten mit dem Leben, Freiheit und dem Glück identifiziert. 12 Wie die Interessen der Person durch die Macht des Staates geschützt werden und die Bedürfnisse im Grad abhängen können und so allgemein und zuverlässig erfüllt werden, auf genau dieselbe Art und Weise schützt uns die Natur vor den Belästigungen durch die Verbindung der höheren Kräfte. 13 Die Induktion hat die Menschen gelehrt, Schritte dazu zu machen und hat sie mit Vorteilen umgeben, die gleichzeitig Belohnung für die Treue und Antrieb für die fleißigere Hingabe sind. 14 Das ist auch eine Hilfe, die uns zur unfehlbaren Lösung für individuelle sowie allgemeinen Problemen verhilft. Es ist die Hilfe zur Konzentration und Zerstärkung unserer Fähigkeiten, für den restlichen Teil durch die bloßen Anwendungen des Geistes in der reinsten Form. 15 Hier finden wir eine Methode, deren Geist es ist, zu glauben, dass das, was gesucht wird, schon vollbracht worden ist. Eine Methode, die uns Plato hinterlassen hat, der außerhalb dieser Methode niemals herausfinden konnte, wie die Ideen und Ziele Wirklichkeit wurden. 16 Diese Vorstellung wird auch durch Swedenborg in seiner Lehre von den Entsprechung sorgfältig ausgearbeitet. Ein noch größerer Lehrer hat gesagt, welche Dinge sie auch immer wünschen, wenn sie beten, glauben sie, dass sie diese erhalten. Der Unterschied der Zeiten in diesem Durchlauf ist bemerkenswert. 17 Wir müssen erst glauben, dass unsere Begierde bereits erfüllt worden ist. Die Ausführung wird dann folgen. Das ist eine kurze Richtung, um von der kreativen Kraft des Gedankens Gebrauch zu machen. Um auf den universalen, subjektiven Geist Eindruck zu hinterlassen. Eine besondere Sache, die wir als eine bereits vorhandene Tatsache zu sehen wünschen. 18 Wir denken so auf der Ebene des Absoluten und beseitigen jegliche Rücksichten auf Bedingungen oder Beschränkungen und pflanzen einen Samen, der, wenn wir ihn unberührt lassen, schließlich in der äußerlichen Verwirklichung aufgehen wird. 19 Zum Überblick. Das induktive Denken ist der Prozess des objektiven Geistes, durch den wir mehrere getrennte Beispiele miteinander vergleichen, bis wir den allgemeinen verursachenden Faktor sehen. Wir sehen Leute in jedem zivilisierten Land auf der Erdkugel, die die Ergebnisse durch ein Verfahren bestreben. Welches sie scheinbar selbst nicht verstehen und dem sie gewöhnlich mehr oder weniger Mysteriöses beifügen. Unser Grund wird uns zur Absicht gegeben, das Gesetz festzustellen, nachdem diese Ergebnisse verbracht werden. 20 Der Ablauf dieses gedanklichen Prozesses wird in jener glücklichen Natur beobachtet, die alles besitzt, was andere durch die Mühe erwerben müssen. Aber es gibt auch ganz andere, die niemals einen Kampf mit den Gewissen haben, weil sie immer richtig handeln und sich niemals leiden lassen, außer mit dem Taktgefühl, alles leicht zu lernen, alles mit einer glücklichen Fertigkeit zu vollenden, was sie anfangen. Sie leben in der ewigen Harmonie mit sich selbst, ohne jemals Schwierigkeiten oder Mühe zu erfahren, wenn sie irgendetwas tun. 21 Die Frucht dieses Gedanken ist, wie es auch war, ein Geschenk der Götter, aber ein Geschenk, das nur wenige bis jetzt begreifen, schätzen oder verstehen. Die Anerkennung der erstaunlichen Kraft, die durch den Geist die richtigen Bedingungen schafft, und die Tatsache, dass diese Kraft verwertet, geleitet und für die Lösung jedes menschlichen Problems benutzt werden kann, ist von übersinnlicher Wichtigkeit. 22 Die ganze Wahrheit ist dieselbe, ob in modernen wissenschaftlichen Erklärungen oder in der Sprache von apostolischen Zeiten. Es gibt befangene Seelen, die daran scheitern, zu begreifen, dass die wirkliche Vollständigkeit der Wahrheit verschiedene Erklärungen erfordert, in der keine menschliche Formel irgendeine Seite davon zeigen wird. 23 Änderungen, neue Sprachen, neuartige Interpretationen, unbekannte Perspektiven sind nicht, wie einige denken, Zeichen der Abwendung der Wahrheit, sondern Beweise, dass die Wahrheit in neuen Beziehungen zu menschlichen Bedürfnissen mehr begriffen und allgemein mehr verstanden werden kann. 24 Die Wahrheit muss zu jeder Generation und allen Leuten in neuen und verschiedenen Worten erzählt werden, sodass wenn der große Lehrer sagt, glaube, dass sie es erhalten und sie sollen es erhalten. Und wenn Paul sagt, Vertrauen ist die Substanz von Dingen, auf die man hofft, weil die Beweise von diesen Dingen nicht gesehen wurden. Oder wenn moderne Wissenschaft sagt, das Gesetz der Anziehung ist das Gesetz, nach dem der Gedanke seins hier entspricht. Jede Behauptung, wenn sie der Analyse unterworfen wird, enthält genau dieselbe Wahrheit. Der einzige Unterschied liegt in der Form der Darstellung. 25 Wir stehen an der Schwelle eines neuen Zeitalters. Die Zeit ist gekommen, dass der Mensch die Geheimnisse der Beherrschung lernt. Dann wird sich der Weg zu einer neuen Gesellschaftsordnung zeigen. Herrlicher, als irgendjemand etwas jemals geträumt hat. Der Konflikt der modernen Wissenschaft mit der Theologie, die Studie von vergleichenden Religionen, die gewaltige Kraft von neuen sozialen Bewegungen, all diese Geschehnisse räumen nur den Weg für die neue Ordnung frei. Sie können vielleicht traditionelle Formen, die veralteten und unfähig geworden sind, zerstört haben, aber sie haben dadurch nichts an Wert verloren. 26 Ein neuer Glaube ist geboren. Ein Glaube, der eine neue Form des Ausdrucks fordert. Und dieser Glaube nimmt gestaltet ein tiefes Bewusstsein der Kraft an, die in der gegenwärtigen geistigen Tätigkeit manifestiert wird. 27 Der Geist, der an der Materie schläft, in der Pflanze atmet, sich in dem Tier bewegt und in dem Mensch seine höchste Entwicklung erreicht, ist der universelle Geist. Es ist unsere Aufgabe, uns so weit wie möglich durch das Tun und Anwenden von dem, was uns gegeben wurde, zu entwickeln. 28 Bei Weitem ist die größte Entdeckung aller Jahrhunderte die Kraft der Gedanken. Die Bedeutung dieser Entdeckung ist allmählich im Erreichen des allgemeinen Bewusstseins angekommen. Und bereits in jedem Forschungsgebiet wird die Wichtigkeit von dieser größten, aller großen Entdeckung demonstriert. 29 Sie fragen, woraus die schöpferische Kraft des Gedankens besteht. Sie besteht im Schaffen von Ideen und diese objektivieren, sich wiederum selbst im Verwenden, Erfinden, Beobachten, Wahrnehmen, Entdecken, Analysieren, Herrschen, Regieren, Kombinieren und im Anwenden von Materie und Kraft. Sie kann das tun, weil sie eine intelligente, kreative Kraft ist. 30 Der Gedanke erreicht seine höchste Tätigkeit, wenn er in seine eigene mysteriöse Tiefe getaucht wird, wenn er den schmalen Kompass seines Selbst durchspricht und von der Wahrheit zur Wahrheit des ewigen Lichts durchläuft, wo alles, was ist, war oder jemals sein wird, in eine großartige Harmonie verschmelzen wird. 31 Von diesem Prozess der Selbstbetrachtung kommt Inspiration, welche die kreative Intelligenz ist und die jedem Element, jeder Kraft oder jedem Naturgesetz unbestreitbarer vorgesetzter ist, weil sie, sie verstehen, modifizieren, regieren und auf ihre eigenen Schlüsse und Zwecke anwenden kann. 32 Weisheit beginnt mit dem Anfang des Grundes und der Grund ist nur ein Verständnis der Kenntnisse und der Grundsätze, durch die wir die wahre Bedeutung von Dingen kennen können. Weisheit beleuchtet dann den Grund und diese Weisheit führt zu Bescheidenheit, denn Bescheidenheit ein großer Teil der Weisheit ist. 33 Wir alle kennen viele Menschen, die das scheinbar Unmögliche erreicht haben, die lebenslange Träume begriffen haben, die alles einschließlich sich selbst geändert haben. Wir haben uns manchmal über die Demonstration einer anscheinend unwiderstehlichen Macht gewundert, die immer gerade dann verfügbar zu sein schien, wenn sie am meisten erforderlich war. Aber das alles ist jetzt verständlich. Alles, was erforderlich ist, ist ein Verstehen von bestimmten, eindeutigen, wesentlichen Grundsätzen und ihrer richtigen Anwendung. 34 Für Ihre Übungen dieser Woche konzentrieren Sie sich auf das Bibelzitat Alles, was Ihr im Gebet erbittet, wird Euch zuteil werden. Bemerken Sie, dass es dabei keine Beschränkung gibt. Alles, was Ihr im Gebet erbittet, ist sehr klar und deutet an, dass die einzige Beschränkung, die wir haben, unsere Fähigkeit zu denken ist. Der Gelegenheit, gleich Null zu sein, sich im Notfall zu erheben und sich zu erinnern, dass Glauben nicht ein Schatten, sondern eine Substanz ist. Die Substanz von Dingen, auf die man hofft, weil die Beweise von diesen Dingen nicht gesehen wurden. Tod ist nur ein natürlicher Prozess, wodurch alle materiellen Formen in das Feuer für die Reproduktion in der frischen Ungleichheit geworfen werden. Teil 11 Lernfragen mit Antworten 101 Was ist das induktive Denken? Der Prozess des objektiven Geistes, durch den wir mehrere verschiedene Beispiele miteinander vergleichen, bis wir den allgemeinen verursachenden Faktor sehen. 102 Was hat diese Methode erreicht? Sie ist auf die Entdeckung einer Herrschaft des Gesetzes hinausgelaufen, das ein Zeitalter im menschlichen Fortschritt gekennzeichnet hat. 103 Was ist es, was die Handlung führt und bestimmt? Es ist das Bedürfnis der Wille und der Wunsch, welche im größten Sinne führen, bestimmen und zu der Handlung veranlassen. 104 Was ist die Formel für die unfehlbare Lösung jedes individuellen Problems? Wir sollten daran glauben, dass unser Wunsch bereits erfüllt worden ist. Seine Ausführung wird dann folgen. 105 Welche Lehrer haben es befürwortet? Jesus Plato Swedenborg 106 Was ist das Ergebnis dieses Gedankenprozesses? Wir denken auf der Ebene des Absoluten und pflanzen einen Samen, der, wenn wir ihn unberührt einflassen, in die Wirklichkeit keimen wird. 107 Warum ist das wissenschaftlich korrekt? Weil es ein natürliches Gesetz ist. 108 Was ist Vertrauen? Vertrauen ist die Substanz von Dingen, auf die man hofft, weil die Beweise von diesem Dingen nicht gesehen wurden. 109 Was ist das Gesetz der Anziehung? Das Gesetz nach dem 114 Was ist die Belohnung des Verstehens dieser Gesetzer? Eine bewusste Erkenntnis unserer Fähigkeit, uns selbst an den unveränderlichen Grundsatz anzupassen. 115 Was wird das Ausmaß des Erfolges anzeigen, mit dem wir uns treffen? Das Ausmaß, in dem wir begreifen, dass wir das Unendliche nicht ändern können, aber damit zusammenarbeiten müssen. 116 Was ist der Grundsatz, der dem Gedanken seine dynamische Kraft gibt? Das Gesetz der Anziehung, das auf Schwingungen ruht, die sich wiederum auf das Gesetz der Liebe stützen. Gedanke, gesättigt mit der Liebe, wird unbesiegbar. 117 Warum ist dieses Gesetz unaufhaltsam? Weil es ein natürliches Gesetz ist. Alle natürlichen Gesetze sind unaufhaltsam und unveränderlich und funktionieren mit der mathematischen Genauigkeit. Es gibt keine Abweichung oder Schwankung. 118 Warum scheint es dann manchmal schwierig, die Lösung zu unserem Problem im Leben zu finden? Aus demselben Grund, dass es manchmal schwierig ist, die richtige Lösung zu einem schwierigen mathematischen Problem zu finden. Der Anwender ist uninformiert oder unerfahren. 119 Warum ist es für den Geist unmöglich, eine völlig neue Idee zu begreifen? Wir haben keine entsprechende schwingungsfähige Gehirnzelle, die dazu fähig ist, die Idee zu empfangen. 120 Wie können wir uns Weisheit sichern? Durch die Konzentration. Es ist ein Entfalten, aus dem sich die Weisheit entwickelt. Denken bedeutet Leben, da die, die nicht denken, in keinem hohen oder wirklichen Sinn leben. Das Denken kreiert den Menschen. A.B.A.ZOT Ich kann den Menschen, die ihnen in seinem Leben zu tun gehen. Das ist ein Entfalten, oder? Ich kann den Menschen, die mich nicht beenden. fills in das Leben, wenn die Menschen, die Menschen achten, das Leben zu tun. Vielen Dank.